Rein starten, rein starten in ein sehr, 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 sehr geiles Game, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Nicht nur deswegen, weil ich ein absoluter Dead Space Fan bin und das Spiel ja quasi von dem Co-Schöpfer ist oder irgendwie so. Die haben auf jeden Fall, der Typ, der Kalisto gemacht hat, der hat auch... Wie, die wird noch heruntergeladen? Ich habe das Spiel vor 40 Minuten eingelegt. Wie kann es immer noch nicht fertig sein? Wieso wurde das nicht heruntergeladen, während die Playstation im Ruhemodus war? Ich starte das ohne Aktualisierung. I don't care. Day One Patch. Schaut einfach, dass das Spiel am ersten Tag schon funktioniert. Was ich euch übrigens extrem empfehlen kann bei The Kalisto Protocol ist, dass ihr das Ganze mit Kopfhörern spielt. Und wenn ihr habt, dann auf jeden Fall mit den Kopfhörern, mit den Playstation-Kopfhörern. Weil dann nochmal dieses 3D-Surround-Sound richtig geil zur Geltung kommt. Gutsch. Meine Siri wollte schon wieder ausrasten. Boah, es ist auch schon so cool mit dem... Ich liebe ja, wenn ich mich jetzt hier durchs Menü drücke, dass der Controller vibriert. So, wir gehen mal in die Audio... Und sagen, Dialoge sind an... Funkgeräte... Funkgeräte. Ah, soll über den TV oder über den Controller kommen? Ja, über den TV. Ich weiß, ich habe dann Angst, dass ihr das vielleicht ansonsten nicht hört, was ich hier gefunkt bekomme. Ich dachte, eigentlich wollte ich jetzt nur... Ah ja, Untertitel. Hier wollte ich schauen. Untertitel an. So sehen die Untertitel im Spiel aus. Ja, das schaut, glaube ich, gut aus. Textfarbe weiß, Sprechername aus, Hintergrund aus. Yes. Wollen wir in der Kamera noch irgendwas? Ich glaube nicht. Mittelsicherheitstrakt, Hochsicherheitstrakt, Minimalsicherheitstrakt. Aha, Schwierigkeitsgrad können wir auch einstellen. Ne, das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Eine neue Erfahrung. Huh, okay, Leute. Dann herzlich willkommen zu The Callisto Protocol. Wir starten in eine neue Erfahrung. Und zwar jetzt. Auf Mittelsicherheitstrakt. Ich schaue nochmal am Stream. Ich glaube, so sollte gut sein. Achso, nein, ich bin genau in die falsche Richtung gegangen. So ist gut. So ist gut. Wir sehen tote Menschen. Aber eine hat das hier wohl überlebt. Ah, okay. Sie hat auch den Mundschutz an. Scheint nicht infiziert. Ihr dürft mir dann gleich sagen, wenn irgendwas zu leise, zu laut ist, ich zu leise oder das Spiel zu laut oder das Spiel zu leise, ich zu laut. Gebt einfach Bescheid. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Okay. Okay, Massaker. Ich muss ein bisschen lauter machen, weil ich persönlich höre das ultra leise. Und oh mein Gott, es beginnt einfach so gleich wie Dead Space. Ich wollte es sehen. Es ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann. Was soll das? Hin und her, Kalisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismod, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Okay, ich muss mich totes konzentrieren. In Europa gab's einen Anschlag und wir fliegen jetzt zu einem Mond, der ein Gefängnis ist. Und jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, was im Frachtraum auf uns wartet. Und irgendwie, was heißt das, dass wir ausgesorgt haben? Weil wir immer hin und her geflogen sind. Ja, ja, ich geh ja schon. Geh nachsehen. Öffne die Tür. Das sind unser Schlafzimmer. Ich glaube nicht, dass wir hier sein müssen. Aber hey, wir können schon mal was einsammeln. Ein neues, automatisches Recording. Und Leute, ich sag's euch. Wir spielen ja im Januar fix auch nochmal Dead Space. Und die Ähnlichkeiten dieser beiden Spiele sind nicht zu übersehen. Okay, dann haben wir nochmal Bett und Zimmer. Und alles anschauen hier. Oh, da hat der Kinder. Too dead. Es wäre ja wirklich zu schade, wenn der jetzt sterben würde. Unser Partner. Ist das der Frachtraum? Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da hinein möchte. Ob ich das sehen will. Ich schau nochmal in den Raum hier vorher. Ist das das Klo? Das Space Klo. Okay, aber jetzt gehen wir rein. Ja, ja, ja. Ich geh schon nachsehen. Hallo, was ist hier los im Frachtraum? Wer macht hier Stress? Und wenn es jetzt nur ansatzweise wie Dead Space ist, dann haben wir gleich am Anfang die ärgere Chasing-Scene. Hallo? Wer macht hier Stress? Liegt hier was? Nein? Was ist hier los? Wo ist die Anomalie? Ich hoffe, dass es lohnt sich. Medical Stuff. Ich sollte den Rest erschießen. Okay. Landeausrüstung. Ich muss das Spiel mit Kopfhörern spielen. Sorry, Leute. Ich muss kurz einmal umswitchen. Ich wollte eigentlich nicht mit Kopfhörern spielen, weil ich... Wegen meinem Piercing tut das nämlich noch ein bisschen weh, Kopfhörer zu tragen. Die Sprecher sind etwas leise. Ja, die kann ich leider nicht lauter machen. Die kann ich... Die höre ich nämlich auch ultra leise. Aber die kann ich leider auch nicht lauter machen. Weil wenn ich das lauter mache, dann ist es generell lauter. Ich kann auch mal im Audio schauen. Ähm... Ähm... Ja. Ich meine, ich kann hier ein bisschen runter gehen. Und hier. Dann kann ich noch ein bisschen hochdrehen und vielleicht hört man dann die Sprecher lauter. Passt. Weil ich habe jetzt über die... Oh mein Gott. Über die Boxen gar nicht gehört, dass... Äh... Oh, es wird so viele Jumpscares geben. Bitte klippt es, Leute. Ich brauche jeden Jumpscare. Warte mal. Wieso ist denn jetzt auf einmal Englisch? Deutsch, Deutsch. Audio. Äh... Hier. Mach hier kein... Mach hier nicht diesen, Callisto. Ah, andere Sache. Entschuldigung, die ich auch nochmal kurz nachschauen muss. Lädt das aber währenddessen trotzdem runter. Ja, wunderbar. Dann ist ja gut. Dann starten wir nach dem Intro einfach nochmal das Game neu. Och, Leute. I can hear it. Diese fucking Gaggen. Was ist da los? Maximus siegste Probleme. Wir wurden geentert. Ja, sieht so aus. Okay, ich kann sie noch nicht entscheiden, ob es Deutsch oder Englisch sein will, das Spiel. Wir wurden geentert. Aber von wem? Was ist hier los? Oh, ich habe schon mal eine Trophäe erhalten für... Was nix tun? So lobe ich mir im Playstation-Spiel. Hallo, Alpha. Du hast noch gar nichts verpasst. Original fünf Minuten. Ist doch nichts passiert hier. Außer, dass ich... Suche im Frachtraum. Es muss hier irgendwo sein. Fuck. Okay. Niemand beklaut hier so einfach mich. Aber die haben Knarren. Wir haben keine Knarre. Oh, ich hoffe, es gibt wieder sowas mit einem Plasma-Katter. Das Denkungszeit ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Passt das eh so vom Sound? Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Für die beste Experience, wie gesagt, Kopfhörer-Läuse. Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Uns läuft die Zeit davon. Ja. Sprint jetzt hier mal hoch. So, ihr Bitches. Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein. Was immer nötig ist. Was machst du? Was machst du da? Nein. Scheiße. Exklusiv. Du bist so richtig da vorne. Haltet durch. Ich bin gleich da. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Let's go, Chekhov. Do it. Ah. 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 Oh. Ah. Ah. Let's go, Jacob! You can do it! Oh nein! Oh nein! Kann ich irgendwas tun? Warum steuert denn niemand? Mann! 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 Sind wir uns einig, dass es irgendwie so wirkt, dass wir das Spiel nur so auf 30 FPS laufen? So alles wirkt so langsam. Der Typ ist tot! Fix sogar! Ja! Max! Max! Mata! Es kommt! Hey! Hey! Jakob! Jakob! Oh! Oh! Ach du Scheiße! Oh! Oh! Die kacken Piraten, Mann! Oh! Nein! Ein Lebenszeichen erfasst! Schätze Suche fort! Sind die böse? Nein! Sicherheit! Sind Sie der Pilot? Ja! Und der? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Dann brauchen wir nur eine. Okay. Bringen wir sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelance haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Riff. Max. Thermalregulatoren aktiviert. Ja. Das ist mein Erster. Äh. Lass mich los! Sie! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl! Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey! Was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! Okay. Das fängt ja schon mal schlecht für uns an. Hast du gerade angefangen? Hast du gerade angefangen? Ich habe gerade angefangen. Ausbruch. Oh. Ich mach übrigens nur Follower-Modus an, damit wir nicht irgendwie gespoilert werden oder sowas. Falls es doch so lustige gibt. Was? Was? Nein, nein, nein. Ich bin nur ein Cargo-Pilot. Ich wurde von der Outer Way. Von ihr. Sie hat mein Schiff zerbrochen und sie hat meinen ersten Oficer. Ist mir egal. Anweisung ist bei uns. Oh! Spricht man vom Teufel? Das ist deutsch-englisch immer. Das ist deutsch-englisch immer. Das ist deutsch-englisch immer. Aktualisieren wir das Game nochmal. Aktualisieren wir das nochmal. Das ist die Alpha-Version. Ich hab keine Ahnung. Aber wir installieren jetzt mal die Update-Datei. Und hoffen, dass alles besser wird. Vielleicht doch der Patch. Ja. Jetzt ist er eh schon fertig runtergeladen. Jetzt haben wir den. Herr, es redet auch keiner mit dir, Mann. Ich weiß nicht, was meine Siri schon in letzter Zeit wieder hat. Wir hatten vorhin auch in dem Bild keine Musik, oder? Ist das so lustig? Soundbugs. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Oh, jetzt auf echt so eine Datenschutzregel? Was ist denn hier? Ja, ja, akzeptiere ich alles. Sie haben gesehen am Stream, wie ich das alles so mit meiner ganz schnellen Lesefähigkeit durchgelesen habe. Das ist meine super Kraft. Wenn man 10 Jahre Twitch-Streamer ist, dann schaltet man die frei. Das ist das schnelle Lesen von AGBs, Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien und Verhaltensregeln. Warnung vor Anfällen. Passt durchgelesen. Dieses Spiel ist reine Fiktion. Das stand vorhin auch gerade alles nicht. Auf einmal erzählt das Spiel halbe Buch. Sprachausgabe Multilanguage. Ungefähr so war das jetzt, ja. Okay, aber jetzt starten wir nochmal rein. Und jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass alles passt. Ausbruch. Was glaubst du so blöd? Ruhe! Es ist viel zu spät für den Scheiß. Ah, jetzt ist wieder kein Untertitel. Einen Moment. Erst. Erst. Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein, 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 nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von dir. Ist die Stimme jetzt irgendwie anders? Okay, ich hab grad irgendwie das Gefühl, dass sich seine Stimme ganz anders anhört. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Hm. Ich nehm's mir sehr zu Herzen, Waschi. Es tut mir auch sehr leid, dass ich zu spät gestartet habe. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Der auf. Ich stand leider im Paketshop sehr lange in der Schlange. Echtlinger. Das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Weißt du, dass man Kelisto den Totenmond nennt? Tod. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Was für einer Sekte bin ich ja gelandet. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst. Das ist dein altes Leben. Wenn dein neues Leben liegt. Voll und ganz. In meiner Hand. Öah. Please don't touch me. Also, erhebe dich. Toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey! Hey! Lass mich! Hey! Halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Chorgerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Gerät? Dieses Gerät? Sie sehen doch an! Verdammt! Stopp! Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Ah! 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 Was machen die mit uns? Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Ah! 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 viele Dead Space Referenzen sind, die ich bringe, dann einfach aufschrei im Chat. Und die Limpsynchro ist trotz Patch nicht wirklich gut. Also ich muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, es ist schwierig. Also mein erster Eindruck bisher ist wirklich nicht gut. Also ich finde es bisher nicht toll. Es wirkt nicht wie ein Spiel aus 2022, aber ich meine, ist das nur bei mir so? Vielleicht liegt es an meinem Monitor, aber ich finde auch, dass das Bild so ausgewaschen ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay, was kann ich hier tun? Oh! Einen Würfel aufheben? Oder bilde ich mir den ein? Warum sollte da ein Würfel liegen? Ha! Der Jumpscare, der mich nicht gekriegt hat. Der war zu, zu offensichtlich. Das ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Dead Space nie gespielt. Ritz, na dann kannst du dich auf was freuen im Januar. Da spielen wir auf jeden Fall das Remake. Ja, stimmt das nicht. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Wie lange sind wir schon hier? Warum haben wir eine Glatze? Was für ein Tag! Lockdown! Da steht, bleiben Sie in Ihrer Zelle. Das ist eine Kla... Okay, da oben steht flieh. Dann flieh ich halt. Haha, ciao! Ich bin jetzt weg, weil hier ist voll das Chaos. Das war schon wieder Englisch. Vielleicht spielen wir es einfach auf Englisch, Leute. Weil die Sprachaufgabe auf Deutsch eh da nicht so toll ist. Achtung! Achtung! Oder ist ein brennender Roboter? Haha, das Alarm kenne ich nur von woanders. Alarm! Alarm! Schnell weg da. Oha, die töten sich hier alle. Könnte sich doch erst morgen spielen sollen. Ich hab... Ich hab schon so oft... Ich hab jetzt schon von einigen gelesen, dass es wohl Performance-Probleme mit dem Spiel gibt. Aber da war halt nur auf Steam. Deswegen dachte ich auf Playstation wieder alles easy an. Oh, das bin ich. Hallo! Ja, ich bin Edermann! Bruder, ich weiß es nicht. Was ist vorgeht? Mein Schiff ist abgestorzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Hä? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenn mich aus. Ich hab einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutzt das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Hallo, Elias. Ich den Kopf verlieren, Jacob. Könnt ihr dein Leben retten? Okay, ich sag euch so viel. Harte Zeiten. Und lass mich nicht hängen. Ich sag's euch, wie es ist, aber Elias wird sterben. Das fühle ich. Ich fühle es ganz tief in mir drin, dass wir der nicht ganz lange dabei sein wird. Vielleicht ist das ja Absicht vom Stil her, dass es so sein soll. Ja, die wichtigste Frage, die du dir stellst, was ist mit meiner Frisur passiert? Oh, sind meine Haare. Warum bin ich auf einmal so ein Heisenberg? Schon eine wichtige Frage. Hallö. Ich bin nicht nur Pilot, ich bin auch ITler. Oh, das war knapp. Fast hätte es mich zerquetscht. Aber nur fast. Oh, gehe ich jetzt über diese Brücke? Let's go! Ich habe leider nicht zugehört, wo der Kontrollraum ist. Irgendwo hinten, hat er gesagt, oder? Ach, hier ist abgeschlossen. Aber hier kann ich wieder öffnen. Mit meinem tollen Schraubenschlüssel-Messer. Also ich hoffe, ich habe auf dem... Oh, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ach, du Scheiße. Junge! Ah! Oh, je! Ha! Ha! Oh! Das ist ja unklein, wer soll denn das sehen? Wenn das irgendwo random... Ich warte sicher nicht. Stirb, Junge. Du wolltest mich umbringen. Tja, in dem Fall... Er. Ah! Was? Okay, okay. Jetzt auf einmal muss ich kämpfen. Also so richtig kämpfen? Ich... Was? 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 Was zum Teufel war das? Vor allem wie zum... Wie? Was? Was? Das soll das Kämpfen sein? Ach, du Scheiße. Ich habe keinen Bock auf Nah. Ich möchte meinen Plasma-Cutter und alle wegcutten. Aber begehst es nicht Dead Space. Aber sind wir uns ehrlich, dass wir das alle erwartet haben? Dass das... Das sollte reichen. ...Dead Space 2.0 wird. Ein gutes, neues. Oh Gott, I lie. Ist der da hinten? Ich muss hingehen. Ich hoffe nicht, dass er gefressen... Genau, nämlich da. Dieses Ausweichen, Leute. Halte den linken Stick nach links oder rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihm auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach nach links oder rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsle dann um den linken Stick... Ah. Es gibt kein Zeitfenster. Das ist nämlich das, was mich gerade ultra verwirrt hat. Also wirklich sehr verwirrt hat. Nein, nicht, weil er eine Hautfarbe hat, sondern weil er der nette Sidekick ist, der sich hier trotzdem... Der Tor geht nicht. Die Konsole reagiert nicht. Da war was. Hat mich angegriffen. Oh, und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du... Siehst du den Wachturm? Ja. Die Sprachausgabe ist echt schlecht. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstanden. Also die Deutsche zumindest. Ich werde dann gleich nachher nochmal René fragen, ob er auch so Probleme hat. Okay, geht schon los. Letz... Okay, probieren wir das mal mit dem Kämpfen. Okay, das hat ja mal genau nicht funktioniert. Probieren wir das mal mit dem Kämpfen. Tot. Den Stick in irgendeine geschissene Scheißrichtung zu halten, bringt genau gar nichts. Nichts bringt das. Okay, let's try again. Ich muss das mal ein bisschen üben, weil ich finde das Kämpfen bisher extrem nicht intuitiv. Deswegen, let's test. Halte nach hinten, um Angriffe zu blocken. Links. Okay. Okay. Ich glaube, ich werde einfach nicht blocken. Ende. Ich werde einfach... Wisst ihr, was ich machen werde? Hardcore R2 spammen. Okay, jetzt habe ich wenigstens den Arm verloren. Das ist schon mal eine andere... Äh, andere Animation. Boah, Leute, ich habe gerade null Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich bin so abgeturnt. Ich finde das Kämpfen urkomisch. Aber vielleicht stelle ich mich noch einfach mit dumm an. Also... Ah ja, das ist von Rücken jetzt. Ich verstehe das nicht. Ich halte doch den linken Stick. Also, es hieß, es gibt kein Zeitfenster. Wann muss ich denn dann klicken? Oh meine Güte, es tut mir leid, Leute. Ich bin, glaube ich, zu schlecht für dieses Spiel. Ich schaffe nicht mal das Tutorial. Wie soll denn das noch weitergehen, wenn die Gegner dann stärker werden? Okay. Fast. Das wäre eine Serie von... Puh, okay. Gut. Ich komme langsam rein, aber... Really? Auf Leichen stampfen? Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Dreiecktaste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Das ist zum Beispiel auch so ein Dead Space Ding. Stumpy! Oh ja, alle Gliedmaßen runter. Hat sich mir Leben genommen. Aber Leute, Leute, wenn das Kämpfen weiterhin so geht, Scheiße. Also, oh Gott, nein. Ich hoffe, ich kriege bald was... Jetzt kommt das wieder aus dem Controller. Einen Moment. Optionen, Audio. Bitte fahren. Okay, ich suche den Aufzug. Und versuche, nicht zu sterben. Ich suche den Aufzug. Es ist wie Magik. Es ist wie Magik. Es ist wie Food. Es ist wie Food. Warum Food? Stumpen! Ah, ist das der von vorhin? Stirb! Der Fairies. Oh Gott. Okay, okay, okay. Okay, okay. Alter, das ist ja gar nichts für mich. Okay, die sterben hier. Man muss einfach warten, bis sie herschlagen. Aber dieses Stehenbleiben und nichts tun ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Ja, ich bin bisher nicht so amused vom Spiel. Das gefällt mir bisher gar nicht. Ich finde die Performance nicht gut. Ich finde das Licht nicht schön. Das Einzige, was geil ist, ist der Sound. Und das Gameplay an sich vom Kämpfen macht mir bisher auch keinen Spaß. Aber es kann ja noch werden. Suche nach an Wänden montierten Kästen, die einen Gesundheitsinjektor enthalten. Gegner können Gesundheitsinjektoren fallen lassen und sie können auch in Beutekisten gefunden werden. Drücke die Unten-Taste, um schnell einen Gesundheitsinjektor zu verwenden. Wir füllen die Gesundheit wieder auf. Aber wenden sie mit Bedacht, da du während des Injektionsvorgangs angegriffen werden kannst. Gesundheitsinjektoren können auch über den Inventarbildschirm verwendet werden. Okay. Gut. Ich glaube, noch brauche ich keinen. Okay, da kann man ja man, jetzt mache ich hier wieder den ITler, passt auf, oder den Engineer. Ah, hallo, Waschi. Dankeschön. Bitte nicht erschrecken. Hat fast funktioniert. Kleiner als drei, kleiner als drei, kleiner als drei. Mit dem Aufzug stimmt das nicht. Ich fahre runter, nicht drauf. Verdammt, das bringt dich zum Isolationstrakt. Guck dir ein großes Herzgeschäft. Erreicht dir noch von trotzdem. Das dauert nur etwas länger. Aber sei vorsichtig. Da unten verwahren sie nicht völlig durchgeknallt. Na super. Der Isolationstrakt. Die völlig, was? Verplanten? Verbauten? Die richtig Org... Bitte nicht. Ja, schaust auch auf. Ja, ich schaue nicht drauf. Wir sind uns ja mal gleich mitgezogen. Okay, wir sind da runter. Ich freue mich übrigens, wenn ihr klippt, ihr Lieben. Und ich danach dann ein cooles Zusammenfassungsdingen davon machen kann. Und gerne auch den neuen Hype nutzen. Ja, danke schön. Oh. Hans macht einen Deathcounter. Das ist aber nicht mit. Scheiße, wo gehe ich jetzt? Links oder rechts? Links, rechts. Da geht es nicht weiter, Piki. Du bist doof. Ich habe es gehört. Der hat meinen Namen gesagt. Jacob. Energieumwandler. Aber jemand hat Jacob gesagt. Habt ihr es auch gehört? Ah, danke, dass es drei geht es diesmal da oben. Jumpscare incoming. Ah, ich mal. Fixer mitgerechnet. Das uns was erschreckt. Hallo. Schnappt mir eure Sachen. Kalisto-Credits. Ekelhaft. Hörgs. Richtig ekliges Clou. Warum so gruseliger Sound? Aber den Sound, Leute, den müsst ihr euch geben. Das ist schon Next Level. Wie viel wir mit Musik arbeiten? Oh, mein Gott. Da springt jetzt sicher was raus. Achso, ich dachte, das ist so ein... Never mind. Ah! Verdammt! Ah! Oh, bei Hans ist es schon spät. 23 Uhr war es 25. Das macht Sinn. Wo ist der hingesaugt worden? Da gehe ich sicher nicht hin. Aber wir schauen uns nochmal die Zellen an. Alter, wie reuend ich diese Klos sind. Wer macht denn sowas? Und Becci, warum redest du so viel während dem Horror-Game? Damit ich mich erschrecke. Und Hans keine Befehle zum Death-Conter machen kann. Ach Gott, jetzt hör auf. Nicht nochmal. Nein, nochmal sicher nicht. Ihr glaubt doch nicht, dass ich so doof bin und zweimal auf den selben Trick reinfalle. Das ist den selben Jumpscare. Wisst ihr, warum das so lange zu öffnen dauert? Wä? Stirb! Einer meiner Kumpel. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er war so ein... Engel. Hat mich angegriffen. Ist ja ekelerregend. Alles okay? Nein. Nein, aber... Ich muss ihn töten. Er ist töten. Was zur Hölle geht dir vor? Keine Ahnung, aber ich zertrete einfach mal alles. Grafik schaut aber mega aus. Ja, die Grafik ist sehr, sehr hübsch. Aber ich bin nicht hundertprozentig bisher von der Performance überzeugt. Es wirkt halt irgendwie, es wird halt nicht auf 60 FPS laufen. Also, wie ich das meine? Es ist so... Es schaut halt nicht... Es schaut schick aus, ja. Aber ich finde jetzt nicht, dass es wie ein Playstation 5 Game aussieht. Ja, es ist halt... Es könnte noch schöner sein. Aber wir sind jetzt auch noch in einer verdreckten, ekligen, versifften Isolationsstation. Wer weiß, was noch auf uns warten wird. Ah ja, komm mal. Kommt der von hinter mir oder von vor mir? Ich höre sie! Ich höre sie! Wo kommen sie? Okay. Scheinend machen sie nur Krach. Aber keiner kommt. Okay, soll mir recht sein. Drücken wir den Knopf. Elias? Habt ihr einen Aufzug gefunden? Ich komme rauf! Ich komme, Elias! Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlerber. Ja, bitte. Ja, bitte. Lass da was anderes als so ein scheiß Stock drin sein. Wie, jetzt töten mich nicht nur die Viecher, sondern auch die Roboter? Oh Gott, nein! Wer geht jetzt als Roboter? Oh Gott, nein! Hör auf! Oh Gott, nein! Wir sind nicht infizient! Tötungserlaubnis wurde erteilt. Was zur Hölle? Nein! Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Aber da will doch ich auch gerade hin. Zum Medizinbereich. Schleich dich an den Sicherheitseinheiten vorbei. Oh Gott, dann auf einmal wird das ein Stealth geben. Leute, ihr wisst, wie scheiße ich ein Stealth bin. Ihr habt gesehen, wie ich Blacktail gespielt. Okay. Okay, ciao. Aber heißt das jetzt, wenn ich hier Stealthe? Elias, können wir uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wieder Aufzug bei hinten. Bleib einfach aus der Sichtweite. Dann kannst du dich vielleicht vorbeischleifen. Also ich hoffe halt, dass die jetzt die... anderen dafür töten, also die... die infizierten Viecher. Wo ist denn der jetzt? Oh. Ja, wie gehe ich denn jetzt? Muss ich schleichen? Sie dürfen mich nicht sehen. Ja. Wie geht der denn? Ach, der geht im Kreis. Ja, das ist ja mal... Wie geht denn der jetzt? Macht der eine Runde? Oder kommt der jetzt wieder zurück? Genau das. Genau das war meine Frage. Und hört der mich oder kann der mich nur sehen? Abgeschlossen. Na, schau an. Ah! Ach so, Gott, oh Gott. Ja, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wenn der jetzt zurückkommt, Leute, dann habe ich ja ein Problem. Ja. Okay. Gut, dass ich das so ultra laut höre. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch so laut gehört habt. Tötung autorisiert. Ah ja. Ah ja, ich kann hier aufmachen, IC. Ist aber hurtig. Hurtig, hurtig. Ja, was? Warte mal. Geht der immer mit mir mit? Schön unten bleiben. Ja, ich kann hier nichts anderes machen, außer unten bleiben. Wo noch niemand war. Mhm. Also ich verfolge den quasi, Leute. Oh, Schatz, nehmen wir gleich mit. So ein Hälfding. Das blinkt hier so verführerisch. Ah, okay. Da geht's aber nicht lang. Oh Gott, bitte dreh dich nicht um. Wo bin ich sicher? Hier? Okay. Warum sieht's so aus, als wären wir hier sicher? Diesen, das verstehe ich nicht. Aber gut. Wenn du das sagst. Der braucht jetzt. Oh Gott. Der braucht ja nur zurückkommen und reinschauen, oder? Testlabor. Haben die da mit den Gefangenen etwa experimentiert? Ah! Was? Ich hab das grad gar nicht gesehen. Was ist... Was war das für ein Facehugger, Mann? Okay, voll der... Voll der Scam. Jetzt zeig ich mich mal. Damit ich mal sehe, wie lange das dauert. Was? Das ist ja eine elendslange Animation. Okay, Leute. Wir dürfen echt niemals im Kampf totgehen, weil sonst ist Maya. Also totgehen im Sinne von wenig Leben haben und uns dann im Kampf heilen. Nimm die gute Sicherung, um Türme... Um Türen mit Strom zu versorgen. Ja. Wer lesen kann, hm? Türmen. Wer kennt sie, die... Türmentüren? Malers... Audio-Protokolle. Die haben mich nie interessiert. Es tut mir leid. Da fährt man es immer uff wie vom Spiel, aber ich... Boah, ich hasse Audio-Logs. Wobei Audio-Logs zwischendrin eigentlich auch noch manchmal gehen und besser sind, dass die ganze Scheiße jetzt zum Lesen ist. Okay, Junge. Oh Gott, ich hab's gut. Es tut mir leid, aber ich find das Kämpfen echt scheiße. Und ich freu mich ultra, wenn wir jetzt gleich in dem Waffending sind, weil das Kämpfen geht mir so auf den Sack bisher. Gibt's schon Reviews zum Game? Wissen wir schon, wie das abgeschnitten hat? So... Was die... Was die Presse sagt und was die User sagen. Wie ist denn das so bisher gemacht? Hallo, um was geht's in dem Spiel? Hordi. Wir sind auf einem Mond, der als Gefängnis dient. Und da sind wir ein Häftling. Und plötzlich wachen wir auf und das ganze Gefängnis ist ins Chaos gestürzt und alle Insassen verwandeln sich in komische Wesen. Und wir wollen natürlich... Jetzt liegt da ein Kopf. Achso. Und wir wollen aus diesem Gefängnis fliehen. Mehr... Ah! Alter. Okay, boah. Pusch. Veränderung kann schwer sein. Doch sie ist notwendig. Doch sie ist notwendig. Ja, gut, wenn er das sagt. Aber ich hab keinen Bock auf Veränderung. Ich will hier einfach nur raus. Metacritic 76 bei bis jetzt 36 Reviews. Steam größtenteils negativ. Bei 2 Magnet Zinnen einen Score von 55 bis 7... Oh! Schiech! Okay. Ich kann's verstehen, Leute! Ich kann's verstehen! Also, ich will... Ich will doch auch nicht wissen... Also, ich bin ja eher... Ärgerfroh, dass ich das Ganze auf meiner Playstation spiele. Ich glaub, am PC wäre ich ultra unglücklich. Vor allem mit der Steuerung. Gehen durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Ja, ab. Geht zum Waffenlager. Du bist bald da. Geht einfach weiter. Nicht sehr gut abgeschnitten auf jeden Fall. Hm. Nein! Das war ein Spiegel. Es war ein Spiegel. Wir haben nur uns selbst gesehen. Meine Güte, sind das jetzt 2? Oh. Warte mal. Ich hab noch nicht gegen 2G kämpft. Was mach ich denn jetzt? Okay. Okay, okay. Okay, der ist tot. Der ist tot. Den haben wir. Was ist mit dem anderen? Ist der da... Hä? Ich dachte, er springt jetzt in dieses... Ding da rein. Nein. Wir müssen noch ein bisschen warten, Leute. Es wird noch gut. Es wird noch gut. Wisst ihr, was nämlich noch kommt? Wir kriegen ja noch Telekinese-Power. Wir können die ja noch nehmen und irgendwo reinschießen. Wir spielen jetzt gerade die ersten 5 Minuten von dem Spiel. Also noch nicht verzagen. Noch nicht verzagen. Es noch nicht abschreiben. Wir... Oh Gott. Ich will... Ich... Ich will reinspringen. Oh, es ging nicht. Oh Mann! Ich wäre so gerne reingesprungen! Es hat mich richtig angezogen. Nee, aber so... Wo können... In solche Dinger können wir dann zum Beispiel die... Die... Die Zombies reinwerfen. Oder so. Ja. Ich glaube, es läuft scheiße. Obwohl ich ein High-End-System habe und das Nahkampfsystem ist kacke. Ja. Also das finde ich bisher auch... Bisher auch richtig scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Ein Elektroschocker. Ja. Aber die Dinger hamsten nicht. Und wir werden ihn brauchen. An Alien Isolation... Ähm... Ich würde eher sagen... Falls du Dead Space gespielt hast... Das ist... Krasser Dead Space Ableger. Finde ich. Also... Erinnert mich sehr daran. Okay, Lies. Bitte nicht sterben. Weil bei Dead Space war das immer so... Dass man diesen Partner, den man hatte... Entweder war er... Verräterus Maximus... Oder tot oder... Das war einfach immer irgendwas. So. Wir wollen da rein. Ist aber verschlossen. Genau. Wir kriegen ja dann noch diesen Telekinese-Handschuh... Mit dem wir uns... Bewegen können. Und... Ah, warte mal. Ich habe noch gar nicht geschaut. Ob ich die alle kaputt machen kann. Nein. Das heißt, da können wir die dann nehmen... Und so schießen. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir... Ähm... Ähm... Wie gesagt, was... Ah! Hinter mir! Ich wusste es! Ich... 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 Stirb, Brudi! Oh, meine... Oh, mein Gott! Look at this! Das ist ein Kunstwerk! Es ist wunderschön! Es ist wunderschön! Ich nenne es... Ich habe keine Ahnung... Aufgespießt. Ich muss mich erstmal heilen. Aber kleine Spoiler... Hab heute schon gesucht... Und es wird besser, meiner Meinung nach. Ja, ich gehe auch davon aus, dass es besser wird. Also... Ich hoffe es... Hard. Ähm... Wenn es sonst... Es hat ja schon viele Elemente aus Dead Space. Und wenn es dann noch die paar bekommt, die ich noch gerne habe. Wie gesagt, ein Plasma-Cutter und ein Telekinese-Tool. Dann glaube ich, dass wir ganz viel Spaß damit haben werden. Aber leider... Boah, die ersten... Was soll man, spielen wir jetzt 20 Minuten? Die sind halt Cancer. Ich will die auch gar nicht so nah an mich ranlassen. Wisst ihr was? Ich meine, ich will nicht nahe kämpfen. Ich will die aus der Ferne... Horn und schießen. Und wenn sie mal da nahe kommen, möchte ich sie... Fast geschafft! Fast geschafft! Okay, holen wir uns hier erst mal wieder anlieben. Anomalie erkannt. Ich sehe ihn da vorne. Ich will eh zum Wachtturm, oder? Ist das der Wachtturm? Ich habe schon dafür gegessen, wo ich überhaupt hin muss. Wo? Ich höre sie von überall. Sie gehen auf den Sack. Äh... Nein, das war das Kontrollzentrum. Oder? Da waren wir doch vorhin. Da haben wir doch unseren ersten Kampf gefeiertet. Ich muss noch mal kurz schauen. Oh, oder auch nicht. Aber wenn dort der Gegner ist, schätze ich mal, habe ich keine andere Wahl, als da hinzugehen. Okay, der hat den da einfach runtergeworfen. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hingeschlagen habe, oder ob er nochmal... Oh, shit, man. Okay, ich kann nicht gleichzeitig mit ihm hinschlagen. Gleichzeitig hinschlagen geht nicht. Gleichzeitig hinschlagen ist dumm. Macht nicht diesen. Beki, du hattest bisher zwei Kämpfe und bist in beiden gestorben. Wieso bist du eigentlich so kacke? Ja, gute Frage, Jet. Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe einfach auf eine Waffe. Mit der ich auch gewinnen kann. So, jetzt boxe ich euch. Kommt's her. Scheiße, ich habe Schülle verkackt. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich weiß nie... Oh, scheiße, ich habe schon wieder verschissen. Fuck! Mann, das ist so schwer. Wieso bin ich so schlecht? Dieses Vasen, das macht mich kirre. Ah ja, übrigens, wenn ihr schreien hört, das ist René. Der spielt nämlich auch nebenan. Das ist leider das Problem, wenn man sich ein Zimmer teilen muss. So, jetzt aber. Scheiß, Drecks, Nahkampf, Orschlochsding. Das macht mir keinen Spaß. Ja, komm her. Oh, ich habe verpackt. Ich wollte nach hinten ausweichen. Ich bin ausgewichen! Was muss ich denn noch hier klicken? Ihr geschissenen Schistig-Schaf-Tit. Ach, nicht, nicht doch. Okay, wisst ihr, warum ich die ganze Zeit sterbe? Ich will nur, dass ihr diese wirklich, wirklich coolen Todesanimationen seht. Das ist der einzige Grund, warum ich hier sterbe. Okay? Gibt es keine Schwierigkeitsgrad-Auswahl? Ich spiele schon auf Mittel, okay? Leute, jetzt mal hier nicht frech werden. Was ist jetzt schwer? Oder schlecht? Oder eine Konvention aus beidem? Okay, ich glaube, der andere kommt eh nicht, bis ich den anderen getötet habe. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf einen. Aber es ist so schwer, nicht zu klicken, Leute. Ich schwöre. Und es ist jetzt auch nicht diese Steuerung so mega flexibel, dass man sich dann so schnell im... Ah, okay. Jetzt hätte ich... Bin ich einmal... Oh, scheiße. Was jetzt? Ja, was jetzt? Haust du jetzt hin oder nicht, du Arschgesicht? Diesen Stream schaut ihr, wenn ihr wirklich alle Todesanimationen sehen wollt. Aber was ist das, Säuder? Dann warte ich, ob er hinhaut. Dann haut er nicht hin. Dann hau ich hin. Und natürlich haut er in dem Moment auch hin. Und dann kriege ich Haue. Ich schwöre. Ich bin Bock mehr auf die Scheiße. Hock dich nicht hin, nimm X-Mann. Ja, komm her. Ha! Abgewährt. So. Jetzt, Mann. So. Fuck. Ach, leck mich. Da kommt noch ein Dritter. Da kommt noch einer. Oh Gott, ich muss mich heilen, Leute. Ich muss mich heilen. Schneller, schneller, heil dich! Das ist... Ich schwöre. Was ist das für ein Smash Brothers, Säuder? Wo ich Tasten-Incoming warten muss und sowas. Ja, danke schön für das. Wow. Hier, da. Da habe ich meine Spritze verloren. Wie verkackert hier. Gebt mir. Gebt mir. Gebt mir Loot, ihr kleinen Kartins. Ja, ja, ja. Ich sehe es ganz genau. Da. Gebt mir ein Loot. Wir haben übrigens einen Hype-Memode, ja. Wir dürfen uns nie im Kampf heilen. Was macht Becky zehn Minuten später? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Ich hatte Angst, dass da halt noch wer kommt. Ich wollte nicht wieder sterben und alles von vorne machen. Ich denke die ganze Zeit so zwei Gegner, zwei Gegner. Auf einmal kommen zehn, zehn Gegner so auf mich zu. Was will das Spiel so von mir auf einmal? So, what the fuck? Was soll ich dafür Skills auspacken? Ich habe keine Geduld. Ich bin kein Geduldsmensch. Sicherheits-Steuerungstor. Will ich da hin oder will ich erstmal da schauen? Alarm! Ich wäre in der Zelle geblieben. Das bringt mich der Robot um, Leute. Ich sage es nicht. Sind wir von da nicht gekommen? Was genau haben wir jetzt eigentlich... Warum sind wir eigentlich jetzt im Kreis gegangen? Ach, weil wir den Typen gerettet haben. Da war ja was. Aber egal. Wir haben einen Blitzelstock. Ich habe auch bei Dead Space uroft nicht kapiert, warum ich wohin muss, weil ich nie zugehört habe. Ich bin einfach immer nur gegangen, habe geschaut. Okay, wir machen das jetzt. Und warum machen wir das eigentlich? Ich hatte nie eine Ahnung. Nein, 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 nein. Schon verstanden. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Verdammt. Das darf ich nicht sehen. Oh. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Ich wiederhole. Schusserlaubnis erteilt. Tschüss, Ferris. Ja, Sir. Aber... Ja, wohin muss ich denn? Nein, das ist ein Befehl. Töten Sie alles, was sich bewegt. Achso, hier ist mein... Ich dachte gerade so, wie geht die Tür auf? Ah, das hat er bestimmt nicht gehört. Ach du Scheiße. Oh ja, das will ich haben. Nicht zum Toffel bist du hier reingekommen. Ich habe Zeit für diesen Scheiß. Okay. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ah, du stürzt ja ab. Und dann geht ja alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Das weiß ich doch nicht. Du weißt doch. Das ist mein König. Du kannst es haben. Komm schon. Also, die deutsche Sprachausgabe ist echt bescheiden. Na, ich weiß nicht, ob der so töd ist. Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Na, ich weiß nicht. Wisst ihr, oft sind Leute in den Tod gestürzt und dann kamen die zurück. Gib mir mal eine Waffe, Bruder. Das würde ich am allerschönsten finden. Hä, da steht mein Name. 532. Das bin ich? It's a me. Jakob. Abgeschlossen. Booking Prozess. Es gibt sicher Leute, die das lesen würden. Oder, oh, Easter Eggs. Easter Eggs. Da gab es in Dead Space nämlich richtig coole. Könnte ich mir vorstellen, dass die da hier auch machen. Vielleicht coole Sachen. Easter. Na, komm, nicht dunkel jetzt. Oh. Gut. Das heißt, Kapitel 1 geschafft. Jetzt sind wir Kapitel 2. Nachwirkungen. Gibt's schon eine Spieldauer? Ähm, weiß man schon, wie lange das Spiel dauert? Okay. Notwendigkeit. Tun, was getan werden muss. Schwere Entscheidungen treffen. Als ihr neuer Warden werde ich tun, was nötig ist. Für sie. Für diese traditionsreiche Institution. Zum Wohle der Menschheit. Was ist ein Warden? Lokalisiere Elias im Wachturm. Äh, 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 sie werden brüchen. Oh je, wird er mich töten, wenn ich jetzt vorbeigehe? Betriebssystem offline. Okay, er sagt Betriebssystem offline. Fehlercode 19. Fehlercode 19. Ah! Fickerei. Ich schaue zwei Sekunden in den Chat. Warte, ich mag Nahkämpfe echt nicht. Macht mir keinen Spaß. Gar keinen Spaß. Das hat ja auch keinen Spaß gemacht, das Beintraining. Ich war nämlich heute im Beintraining. Ganz brav. Bizeps habe ich, wie gesagt, auch trainiert, nachdem ich diese fette Paket-Paket-Store nach Hause schleppen musste. Ich bin ganz schön blutig. Bisschen umschauen, ja? So ein bisschen. Ja, ja, okay, okay. Wo geht's hier weiter? Hier. Haha, mich nicht erschreckt noch. Jacob, hier drüben. Auf, bitte, schnell. Elias, mach zu. Weh, du stirbst jetzt, Brudi. Ja. Ja. Ja, ich und Elias, vereint. Ich hoffe es. Was sind das für Dinger? Ist egal. Wir müssen einfach nur weg hier. Du hast was von deinem Plan erzählt. Ja. Hier lang. Oh, kann ich die aufmachen? Ja. Ja, chill mal. Siehst du nicht, dass ich hier so viel Leben einsammeln kann? Komm schon. Was machst du da? Looten? Schon mal, was davon gehört? Ja, gib mir die Knarre. Nimm das mit zum Reforge. Du kannst damit eine neue Waffe drucken. Ja, bitte. Dann hab ich Zeit, mich ins System zu hacken. Das ist ja ein kleines Schießdick-Schass, die Furzi. Wir brauchten so eine kleine Furzi-Pistole. Warden ist ja Gefängnisleiter. Warden ist ja Gefängnisleiter. Das ist ein Warden. Okay. UJC-Druck zu ihren Diensten. UJC-Druck zu ihren Diensten. Ich will keinen Revolver. Ich will... ...was anderes. Anscheinend will ich doch einen Revolver. Ich will keinen Revolver. Ich will einen Plasma-Cutter. Papierstaub. Die UJC haftet nicht für eventuelle Defekte. Okay, alles klar. Um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Leider sitzt er in der Schuhe. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennt sich hier wirklich gut aus. Ja, ich hatte sehr viel Zeit. Gut, und was jetzt? Die Schuhe? Spazieren wir dir einfach so rein? Schön wär's. Aber so einfach wird's nicht, Mann. Ich bin schon lang hier und hab Privilegien, die du nicht hast. Also schick ich dich woanders lang. Aber ich bin dafür deine Augen und Ohren und führe dich. Lass mich nur nicht hängen. Werde ich nicht. Außer du kennst noch mehr Piloten. Nein, leider nicht. Ich mach dir diese Tür auf. Ähm, okay. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Das kann ich Ihnen ja noch drucken. Mein Elektroschlagstock, Revolvermonition, Gesundheitsinjektor. Ich kann ja mal was verkaufen. War das nicht die Energieumwandler? Die kann ich verkaufen, oder? Oh, ich hab's mir nicht gemerkt. Ich glaub, die kann man verkaufen, oder? Äh. 10-12 Stunden für 100% auf Normal sind 15 angegeben. Mhm. Druck dir eine Gatling-Gun aus. Das wäre natürlich klug. 300 Credits. Ich hab nur 187. Ich hab das Gefühl gehabt, die haben schon uviel eingesammelt. Und Schaß hab ich viel eingesammelt. Wow. Befehl nicht erkannt. Fehler. Fehler. Okay, verkaufen wir einfach mal. Nein. Einheit online. Verbessert. Let's go. Das ist schon sehr cool mit dem 3D-Drucker. Das finde ich ist eine coole Animation. Dann Ausdruckfertigung entnehmen. Danke vielmals. Was sollen jetzt schießen die alle ab? Die Bitches. Die sollen sich nur trauen. Strategisches Zielsystem. Nachdem du einen Komboangriff ausgeführt hast, halte Ausschau nach dem Schnellschussindikator beim Gegner. Drücke und halte L2 und drücke dann schnell R2, um den Gegner automatisch anzuvisieren und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Ja, keine Gatlingern, sondern eine Plasma-Waffe. Ich hätte gern den Plasma-Waffe, ja. Gib mir einen Kuss, Baby. Okay. Oh, jetzt ist er infiziert. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Wie bitter. Hä, Eure, Mann. Die Waffe macht ja gar nichts. Die Waffe macht ja gar nichts. Ich hab grad fünf Schuss verballert. Felix. Kann ich das noch kaputt machen? Ja. Es gibt sicher eine Trophäe dafür, wenn man einige von denen da so plettet. Oh, oder auch Munition. Oder hat das jetzt der Typ verloren? Ich glaub, das hat der Typ verloren. Okay. Okay. Ich kann nicht laufen. Spielzeug, nein. Spielzeug, geh lieber zu Fuß und langsam durch die gruselige Welt. Okay, wir haben jetzt zumindest schon mal was zum Schießen. Das ist schon mal besser. Gut. Gut. Nachgeladen. Achso. Gut, dass hinter mir jetzt nichts kam. Und mich nichts von hinten irgendwie aufknabbern wollte oder so. Schleich dich von hinten an. I can do this. X Schnelltötung. Was ist das auf einmal für ein The Last of Us, hm? Ich hab's genau gesehen. Das ist ja hier The Last of Us Gameplay auf einmal. Ich bin gespannt, ob René durchspielen wird. Er hat gesagt, er wird's auf einmal durchspielen. Okay. 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 Oh, was? Okay. Steh auf, Junge. Ah, ja. Okay. Ist er jetzt tot? Also das Kampfsystem, Leute, das ist definitiv etwas, wo ich echt noch reinkommen muss. Wann schieße ich? Wann schieße ich nicht? Wann schlage ich her? Also es ist eher so ein Kombo aus, du trischst die zuerst und dann schießt du auf die. Oh, warte mal. Ich glaub, da geht's dann weiter lang, aber ich muss hier schon noch mal der vollständige Gleichkeit. Vielleicht doch nicht hier nachschauen. Doch, da liegen sicher Sachen um Geld, Leute. Ich brauch Geld. Ich brauch viel, viel Geld um meine Waffen. 26 Credits? Was leben hier für Geringverdiener? Becky, das sind Gefängnisinsassen. Die haben kein Geld. Gut. Aber die hätten vielleicht trotzdem ein bisschen was sparen können oder ihren Familien schreiben. Schickt mal Kohle rüber für einen leckeren Smoothie oder... Weiß ich auch nicht. Was gönnt man sich so im Gefängnis? Eine frische Seife. Oder ein ordentliches Klo. Oder Bestechungsgeld, damit man nicht abgestochen wird. Oh, da ist eine Wand. Ich hab die grad nicht gesehen. Zum Glück habt ihr das nicht gesehen, dass ich das nicht gesehen hab. Ich find's lustig, dass René auch sich so oft erschreckt. Der Last of Us ist ein... Oh, René ist grad an meiner Stelle auch. Wer schreibt grad, warum sind da so viele? Aber ich glaub, er ist besser im Nahkampf als ich. Ich sacke einfach nur hart. Achso, ich muss da rein. Nein, was ist hier schlecht, Ponsal? Ja, 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 ich erschrecke mich nicht. Patsatsatsatsatsa... Was für ein Schamsteher? ựbewege dich leise. Also dieses So an Stealth-Ding ... Er soll mir... Er dreht, er sieht... Na, come on. Das ist jetzt ja nicht dein Ernst. Haben wir jetzt gesehen? Ich weiß noch nicht genau, was ihre... Stechen! Ha! Tod! Ha! Oh Gott. Ah ja. Ich hätte sich ja beide... Stirb, Junge. Du da nicht herum. Vor allem, wie macht er denn noch die Geräusche ohne ein Gesicht und ohne einen Mund? Wie funktioniert das? Ah, wait. Wahrscheinlich so wie bei... Hier. Unseren Animationen, wenn die Leute reden. Die können ja auch mit geschlossenen Mündern reden. In den Animationen. Selbstdiagnose in Sie. Okay. 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 Schön. Warum bin ich überhaupt hier drin? Was sehe ich hier? Kann ich hier was einsammeln? Zucker ist verweigert. Zucker ist verweigert. Ach so. Ja. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Suche in der Umgebung nach toten Wärtern. Da hätte ich schon wieder... Oh, ich hatte fast 10 Kalisto-Credits liegen lassen. Such nach toten Wärtern. Hab einen. Hab einen. Ja, let's go. Sammel Implantate. Was? Ich rücke der Klingel das Implantat raus. Moment, was? Wirklich. Nur so kommst du durch die Türe. Das ist ja widerlich. Bäh. Hier drin tut man, was man tun muss. Der Ort hat die Macht, sich zu verändern. Sergeant Eric Jane. Ja, Eichek kommt wahrscheinlich in so einer Stunde dazu. Bis dahin müsst ihr jetzt mitzählen. Damit Eichek das dann machen kann. Aha, ich hoffe, ihr habt euch aber auch den Count-Dings gemerkt. Wie man das zählt. Damit, äh... Oder Hans hat es bestimmt im Discord geschrieben. Wie er es da nicht zufügen kann. Auf jeden Fall, gute Nacht, Hans. Oder danke fürs Zuschauen. Keine Ahnung, ob du schon schlafen gehst. Oder ob du dich einfach ins Bett haust. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass... ...wenn ich das mit Kopfhörern spiele... ...ich ungefähr weiß, woher die Viecher kommen. Aber es hört sich einfach an, als wären sie überall. Ich schleiche jetzt, weil ich Angst habe. Ah! Ah! Ach! Was? Als... ...ob... ... ... ...ob der Arsch nochmal... ...ich schwöre. Daraufhin dreht sich jetzt mal den anderen. Wissen Sie dieses... ...dieses Laufgeräusch? Das... ...hä, wo ist denn der jetzt hin? Hä, wo habe ich denn den jetzt getötet? Ach da. Das wäre hier schön nochmal... Ja, genau. Habe ich mir was fallen lassen. Das hört sich an, als wäre immer gleich einer ums Eck. Ich traue alles mit dem Spielen nicht. Das hat so viele Soundbugs. Also nicht, was die Soundeffekte angeht, so die Umgebung und die Musik. Aber so... ...wiss ich, wenn die reden und das. Dann sehe ich auch Soundbugs. Immer noch kampfbereit ohne Kopf, ja. Na dann viel Spaß bei deiner morgigen Erledigung. Mein lieber Hans. Jetzt auf einmal ganz leise. Ich muss jetzt nochmal was erschrecken. Okay, ich glaube, da können wir durch. Da können wir auch durch. Okay, gehen wir zuerst da. Geld, Geld, Geld. Gib mir Geld. Das kann es noch nicht... Das kann ja nicht sein. Ach. Ich wollte gerade sagen... Das kann ja nicht sein, dass das ein Ort ist, wo man reingehen kann. Dann gibt es ja nichts zu klauen. Ah, hier noch Schatz. Sehr gut. Munition. Hey, das ist schon wieder so ein Facehugger. Was sind das für Dinger? Ja, welche, die man vielleicht nicht unbedingt an seinen Hals lassen sollte. Aber... Wer bin ich, to know. Ich habe jetzt nur Angst, wenn ich sehe, dass man das hier kaputt machen kann. Dass ich gerade voll viel... Übersehen habe, was ich hätte kaputt machen können. Oh, das ist mal eine ruhige Kiste. Dankeschön. Schön. Du fammelst so leise. Leute. Hört ihr, wie leise es ist? Das gefällt mir nicht. Wo müssen wir überhaupt hin? Da bin ich gekommen, oder? Ja, da bin ich gekommen. Da habe ich geschaut. Bin ich blind? War da eine Tür? War da was zum Klettern? Da war doch gar nichts. Nur zum Aufmachen. Und keine Musik. Sowas wie eine Karte. Jetzt biskaufs wenigstens dieses Düm-Dü-Dü-Düm. Dann musste man immer, wo man hin muss. Wo noch niemand war. Wo noch niemand war. Wo noch niemand war. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Oder kam ich von da? Ich kenne mich gerade auch nicht aus. Es schaut ja alles so gleich aus. Okay. Nein, ich glaube, hier war ich noch nicht. Okay. How about, ich gehe nicht hier lang, sondern einfach da lang. Oh, da gibt es ein Speicherding. Dann gehen wir vielleicht doch erstmal da hin. Vielleicht gibt es da was zu holen. Oder vielleicht muss ich da sowieso hin, um was zu holen. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, dass er da drinnen auf mich wartet. Jetzt aufmachen. Ah, vielleicht ist er auch weggegangen. Durch das Rohr. Oh nein, jetzt ist er draußen. Oh, das sind zwei. Wieso bin ich hier reingegangen? What was the point of that? Ah, vielleicht ein makelloser Energie-Umon. Kommen die jetzt hier durch? Ja, nicht mit mir. Tja, ich bin raus. Ich hatte gerade Angst, dass die durch die, durch das da links kommen. Ich weiß ja auch nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, welche der Strecke auf Hauptmissionweg ist oder ob ich jetzt irgendwas so ob ich jetzt UfN verpasse, weil ich hier gehe? Alter, was ist das für ein langer Weg? Was ist das für ein langer Weg? Was ist das für ein langer Weg? Ihr habt das jetzt zu sehr getriggert. Jetzt erschrecke ich mich nicht mehr. Oha, ich glaube, ich bin eh den richtigen Weg gegangen. Aber jetzt habe ich ja dort hinten urviel verpasst. Oh, sowas hasse ich ja. Ich dachte jetzt eigentlich, ich mache jetzt was eher seitmäßiges, aber jetzt mache ich, ich bin ja anscheinend voll den Hauptweg gegangen. Oder nicht, oder? Wo bin ich überhaupt? Was mache ich hier? So viele extra Wege. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Führen mehrere Wege nach Rom? Was bin ich hier erlebend? Nee, da quetscht man sich durch. Und wenn sich was quetscht, dann ist immer was laden. Weil das können Sie mal beobachten bei neuen Spielen. God of War ist das beste Beispiel dafür. Quetscht sich ständig irgendwo durch. Ständig. nur damit, das ist halt so quasi die Ladezeit. Statt einem Ladebildschirm gibt es einfach Animationen, wo man sich irgendwo durchquetscht. Achso, wobei, vielleicht ist aber hier hoch. Und das Quetschen. Oh, ich weiß halt nicht, was der... Jetzt ist wieder speichern. Geht es dann doch hier weiter? Hm. Und ich hätte unten nochmal schauen sollen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen. Aber warum mache ich das? Wegen den Monstern. Warum gibt es diese Funktion? Hm. Okay, aber nach oben heißt wieder, wir sind dann wieder oben oben. Was gibt es dann hier noch? Aha. Ganz schöner Sektenraum anscheinend. Ich glaube, ich habe es ins Geheimzentrum geschafft. Was haben wir denn hier? Duncan Cole. Geheimer Raum. Wie höre ich das nochmal ab? Ich habe Spiele vergessen. Spiel ist ab. Okay. Wie kommen wir zu diesen Dingen? Checkpoint. Optionen. Das ist ein Screenshot aufnehmen. Kann ich nicht abhören? Nein. Nein, nein, nein. Ah, vergiss es hier nicht. Das wäre gemerkt. Ich will nicht. Aber das wäre jetzt spannend zu hören, was hier in diesem Geheimraum ist. Jetzt werden wir es nie erfahren. Weil ich nicht weiß, wie ich das Inventar öffne. Schön. Das ist Pausenmenü. Also ich drücke auch das Touchpad, nur damit ihr das seht. Aber wenn ich auf dem Touchpad drücke, passiert halt nichts. Was für Tasten haben wir noch? Da nehme ich die Puffe raus. Ah, nach oben. Okay, nach oben ist es. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm. Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Okay. Langweilig. Aber es hat sich sehr gelohnt. Sehr gelohnt, dass wir diesen Raum da gesehen haben. Da wird uns sicher zum Schluss einiges noch klar werden. Ich hoffe halt einfach, dass sie während dem Spiel genug erklären. Tut mir leid. Es wurde sicher schon mal erklärt. Ja, bestimmt sogar. Aber es wurde sicher schon mal in einem Audio-Log erklärt. Achso, du meinst, wie man das Inventar öffnet. Ja, dass es nach oben mit der Pfeiltaste nach oben ist. Ich glaube ganz am Anfang. Aber seitdem habe ich den nicht benutzt. So, hallo. Achso, nein, warte mal. Da wollte ich nicht rein. Glaube ich. Ich muss kurz schauen. Da bin ich ja jetzt kommen. Okay, passt. Die sind ja jetzt da draußen. Und jetzt gehe ich da rein. Ich hoffe, dass ich denen irgendwie entgehe. Oder die ziehen mich da jetzt raus und ich kriege eher einen Jump-Scare. Kein Jump-Scare, bitte. Wieso ist das so leise, Leute? Wieso ist das so fucking leise? Okay, da rennen andere. Scheiße, Mann. Ich muss mich ausgewichten. Es tut mir so leid, dass ich jedes Mal mich so sehr erschrecke. Fuck. Ich muss mich nochmal kurz eine Kleinigkeit checken. Post. Post. Jetzt passt schön ich muss nur ganz kurz noch beim schauen ob beim playstation stream auch alles passt weil die ja heute auch in kalisto protokoll rein starten und das schaut aber er ist fein hier aus und teilt so hat auch schon hohen puls ausgezeichnet läuft bei ihm auf jeden fall perfekt aber dann nutze ich die ganz diesen momenten nur ganz kurz und ganz kurz pipi und bin gleich wieder da ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum hier so alle crazy werden und was wir jetzt auch gerade machen ist, ein weiteres Crewmitglied zu finden, also quasi jemand, was hat er nochmal gesagt, ich habe schon vergessen, wir haben jetzt einen Piloten, wozu brauchen wir den anderen Dude? Ah ja, der muss uns das Flugzeug freischalten Der muss uns das Flugzeug freischalten, damit wir mit dem dann fliegen können, mit dem Frachter Aber der Dude, den wir brauchen, der liegt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich schneide ständig aus den Leuten was raus Ich weiß ja nicht, wie nett das ist Ähm, genau, aber den Typen, den wir suchen, der ist... Kann ich das jetzt da? Arsenal, Datenbios Gesunde Personen Ah, gesuchte Ich leg's mal gesunde Ausbruch Fracht Ah, okay, also das sind Aus den Kapiteln Geburtsdatum 2.278 Okay Boah, ich hab jetzt fix damit gerechnet, dass bei dem Fenster ein... Ah, ja, ich wusste es! Ich wusste es! Oh man, Leute, ich sollte, ich sollte Game Designer oder, weiß nicht, Jumpscare-Experte werden Ich wusste so, ich wollte, ich wollte es gerade sagen Bitte clip das, Mann Clip das, wie, wie gut ich bin Ich hab nämlich auch so gedacht, es kommt fix beim Fenster Ein Jumpscare Nani? Ja, Nani Ich wusste es Ja, Mann, jetzt kriegen wir endlich den Telekinese-Ding Oh, Gott sei Dank Zeit wird's Wääh Roll dich Ich hab meine Handschuhe von Captain Ferris gefunden Das ist ein Grab Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein Ja, ich erinnere mich Aber es ist gut Funktioniert bei allen möglichen Sachen Probier's einfach mal aus Mach ich Ja, ja, mach ich So, erstmal hier Kassette mitnehmen Funktioniert mit allem Ich will's mit der Wache machen Funktioniert schon mal nicht Und jetzt Bis jetzt Ja Nice Hoppala Mit X Ich darf nicht vergessen, dass das X ist Pecky, vielleicht ist er noch nicht stark genug Und du musst ihn erst stärker machen Hm, ich glaub auch Oh, okay So, this is how it happens Warum die dead sind Aber den kann ich nehmen, oder? Also Also entweder kann das Der Dings noch nicht, ja Der Dieses Rick, was ich da jetzt dabei hab Weil es vielleicht noch irgendwie zu schwach ist Aber Im Dead Space konnte ich das schon Leichen umher Wirbeln lassen Das war das Lustigste Das hat so viel Spaß gemacht Bäm Oh Oh, oh, ups Hoppala Uferkack Naja, jetzt geht mir ruhig Oh, das hab ich jetzt nicht Gut Oh, okay Was ist der Fette da auf einmal? Okay Ich glaub ich kann eine Compilation machen Von allen Todesarten Von Jacob WTF Jetzt muss ich mir das nochmal anschauen Aber krieg ich jetzt nochmal das Tutorial Das wär schön Es sind Höchlinge auf dem Weg zu uns Dr. Mala Sind die da? Dr. Mala Ja, was bucht mir das Tutorial Werfe Vor allem Okay Oh Gott Eigentlich Das schießen Komm her Komm her Oh Gott Ich hab keine Waffe Oh Okay Okay Ah Telekinese geht leer Kann das sein? Ist das das Blaue da auf meinem Rücken Das mir sagt Telekinese geht leer Dass ich immer keine Kraft mehr hab Dafür Aber dann sollte das das Spiel doch irgendwie sagen Weil ich wollte jetzt eigentlich das hier so nehmen Ah ja, es ist leer Und wie lädt sich der ganze Spaß wieder auf? Muss ich warten oder wie? Ja, Becky Du musst warten Oh Mann Nie Spaß Nie Gönnung Akku Lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf Und kann noch mit einer GRP Batterie schnell aufgeladen werden Wenn dem GRP die Energie ausgeht Während du einen Gegner oder ein Objekt hältst Wird er es fallen gelassen Der GRP verbraucht Weil es verfügt automatisch eine Batterie aus dem Inventar Um die Blaue Wir können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden Ui da Ui da Batterien Ich bin nicht amused, Leute Ich bin nicht amused Was heißt Und vor allem, was heißt langsam wieder auf? Reden wir davon Fünf Minuten Zehn Minuten Sekunden Sekunden auf jeden Fall nicht Weil Die Kacke ist immer noch näher Bis zum nächsten Kampf Kann sich das doch schon wieder aufladen Tut sich gar nichts, oder? Wartung Metbüro Wo ging es hier noch lang? Ah, da ist eine Werkbank Wunderbar Weg, es ist keine Werkbank Was ist das? Inventar Status Update Voll Dann benutze ich halt die Drecksbatterie So Und Achso Ich nehme eine Batterie Hä? Ich dachte, ich habe die jetzt benutzt Achso Dreieck ist nutzen X ist fallen lassen Hoppala Passiert den besten Okay, mal was fallen zu lassen Unabsichtlich Oh, Inventar immer noch voll Hoppala Darauf gleich mal ein Kick Bitte treffen Sie eine Auswahl Bitte treffen Sie eine Auswahl Blocken Konterangriff Ich habe 236 Ich glaube, den Schaß kann ich ja verkaufen Ich meine Dass das zum Verkaufen war Wenn nicht Dann habe ich jetzt einen Schaß gemacht Ähm Was können wir denn hier Revolver-Munition Gesundheitsinjektor Der Handschuh Das ist wichtig Erhöht die maximale Energiekapazität 300 Das ist es wert Druck die kleine Kacke Abgeschlossen Und schön in mein Ding hier reinstecken Fast 300 ist schon viel Was haben wir hier Uh, das Aufladen-Upgrade Easy Damit das schneller wieder auflädt Ja Und ich eben keine 20 Stunden Dafür brauche Okay Was haben wir noch bei der Waffe Magnum Patronen Schadens-Upgrade Magazin-Upgrade 200 Scheiß drauf Schaltet einen neuen tiefen Angriff Freier Der nach einem erfolgreichen Block Den Leder Verwenden kann Öffnet den Ab Schaltet einen neuen schweren Angriff Freier Ideal für extreme Situationen Der Schaden Wichtiger ist als Kontrolle Eine leichte Legierungshülle Die die Schwunggeschwindigkeit Durch die Redaktion Erhöht Verlängert die Dauer Der Nachhilfe Angriff eines Offices Ich kann alles machen Aber ich mach mal dieses Ideal für extreme Situationen Weil ich hab das Gefühl Mit dem Stock bin ich Immer in extremen Situationen Miss Fussel Hallöchen Und einen Wunderschönen Qualitätsprüfung Guten Abend wünsche ich dir Oh Drücke R1 Um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen Schwere Nahkampfangriffe Müssen weiter ausgeholt werden Vorsachen aber mehr Schaden Und können mehrere Gegner treffen Und sie viel weiter zurückschlagen Ha Na wer hätte das gedacht Machen mehr Schaden Schwere Angriffe Ich dachte schon Es ist andersrum Oh je Von wo bin ich jetzt wieder gekommen Becky Die keinen Orientierungssinn hat Aber Becky Du bist doch Pfadfinder Du solltest das alles wissen Ähm Excuse me Aber ich Pfadfinder Bin also nicht in diesem Komischen Kalisto Mond Mich am auskennen Weißer dass ich eigentlich Mehr trinken sollte Ich werde mir gleich Strohhalm noch holen gehen Ja ja Oh meine Güte Äh Das ist ja ekelhaft Oh Gott Warum macht man sowas? Aber Die viel wichtigere Frage ist Kann ich mit denen spielen? Natürlich nicht Natürlich kann ich das nicht Aber mit dem oder? Come on Ja ja Gib mir den Dax Simmons Wollen wir hier runter Oder wollen wir hier noch Bisschen schauen Wir können da gar nicht schauen Ah doch Ich war nur zu dick Oder auch nicht Was passiert hier? Ich komme hier nicht durch Ich weiß nicht Ob das so gewollt ist Dass man hier Ah Wobei Okay Ja ja gut Okay Ich kenne mich aus Ich kenne mich aus Oder auch nicht Wenn da jetzt wieder irgendwas rausspringt Muss man das irgendwo reintun? Ist das eine Batterie? Nein Aber ich kann das Was ist das? Habe ich das jetzt umsonst mitgenommen? Habe ich dafür jetzt umsonst meine Telekinese Kraft? Nein Das muss irgendwas sein Irgendwas kann man doch damit tun Aber wenn ich hier durchgehe Dann bin ich hier durch Nein Ich will dafür nicht meine Telekinese Kraft verbrauchen Aber es hat mich jetzt schon interessiert Weil für irgendwas könnte man diese Kiste doch Zumindest war es in Dead Space so oft so Dass man das machen musste Aber Becky Es ist doch kein Dead Space Ja 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 Okay Gut Vielleicht muss ich auch nichts mit der Kiste machen Ist sie jetzt weg? Ah nein Da habe ich sie hingestellt Ich dachte ich habe sie da unten stehen lassen Habe ich aber nicht Der sieht kaputt aus Geh rein Ich kann dich von hier aus steuern Bist du dir sicher? Ich lasse dich langsam und sacht herunter Bremse seht scheiße aus Elias Ich versuche es ja Ein Motor hat einen kurzen beim Stromkonferen Oh okay Das System reagiert nicht Du musst es manuell machen Moment Was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse Schnell Oho Was für Kraftausdrücke hier Toll Noch ein Aufzug 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 Oh meine Was? Zur fucking Hölle Oh mein Gott Was war das gerade? Oh Gleich mal die Credits hier einsammeln Bäm Leute Ein Facehugger mit Hals Ja Die kommen da durch die Dinger Ah Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich bin zu alt für diesen Scheiß Leute Zu alt Das macht doch mein kleines Herz hier nicht mehr mit Ach so eine Sicherung erforderlich Steht die ganz groß da Puff Okay langsam komme ich ins Kämpfen rein Langsam ist okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich habe es gesehen Aber wie weit Kann das einen Fressen Und man kann es doch sicher töten Bevor es einen so Lieb kostet Und mir einen Kuss schenkt Man muss doch schon vorher irgendwie sagen können Denn ich bin ja nicht Entschuldigung Kannst du nicht bitte warten Achso Jetzt bin ich einfach nur wieder runtergesprungen Nicht so klug Alt werden ist nichts für Feiglinge Sag mal einer alt werden sei nicht einfach Was Was Sei nicht Sei einfach Was Dann sag mal einer alt werden sei einfach Nicht wahr Becky So Ich wurde angeknabbert Erste was ich danach denke ist so Oh nice Geld Wow Becky Ja aber ich habe Geld bekommen dafür Dass er mich angeknabbert hat Das sind ja hier meine kleinen Sugar Daddies Die Facehugger Knabber Bisschen knabbern an Jacob Und dann gibt es Mann Okay Die Okay 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 Everything is alright Every little thing Is gonna be alright Ich hörs Ich hörs Aber ich sehe es nicht wo Oh Gott Da schon wieder Boah Die sind echt fies Ich dachte es kommt jetzt einer Und ich kann Den da reinschmeißen Ich habe jetzt gewartet dass der kommt Wisst ihr was ich meine Dass da jetzt einer von diesen Viechern kommt Und ich schieße die in Das Das ist das Schlitzungsding Da kommt sicher noch einer Ah Fuck Achso Jetzt Oh Gott Ich habe daneben geschossen Ha So Nicht mit mir Zeig es ihnen Aber wenn da jetzt gleich einer rausspringt Mich glaube ich tot Und ich mal heilen Schön Kann ich eigentlich auch mein Inventar vergrößern Das wäre auch so eine echt nette Was nettes zu wissen Gehen wir mal hoch Oh ich hätte nicht hier öffnen sollen Sondern lieber erstmal gucken Was mir gleich da Boah der hat zwei Köpfe Der ist advanced Okay 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 Eins Zwei Aber ein dritter war da noch irgendwo Die sind mir zu nah aneinander Und ich wette jetzt wo ich runterspringe Dreht der Hund sich um Bleib ja so Bleib so Bleib so Oh wieso kann ich den nicht stechen Okay Wieso konnte ich den nicht stechen Pecky weil ein großer ist Nicht mit schleichen Danke Spiel Danke für gar nichts Oh Gott Wo starte ich denn da jetzt wieder Bei dem Facehugger Aber der ist schon tot oder Ja passt Das heißt wir gehen uns jetzt die Kiste holen Kommt da jetzt nochmal einer Ne Ah Die ist auch schon gelootet Okay passt Das haben wir auch schon gelootet Ah das ist wieder der Doppelkopf Okay Ja Doppelkopf wollen wir nicht Doppelkopf soll mal schön zur Seite gehen Wir können nur einfach Kopf Töten Hier einfach Kopf Oh da ist was zum explodieren lassen Oh das sind ja mal dreist Wie geil habt ihr das gesehen Die haben sich gegenseitig Oh shit Die hat mich gleich Oh ich bin so tot Okay Ich habe jetzt gesehen Da unten ist so eine Flasche Wir nehmen diese Flasche Aber habt ihr gerade gesehen Wie cool es war Dass der eine den anderen Voll vergiftet hat Das war schon lustig Das war schon richtig lustig Okay Äh Jetzt muss ich wieder mich orientieren Wo ich bin Hier wo ich rausspringen muss Okay Was ist mit der Telekinese Leute Der Telekinese So Herr Doppelkopf Spring da mal schön runter Seht ihr da Diese rote Flasche Oh shit Oh fuck 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 Ich will die Flasche man Ah Ich habe schon wieder verkackt Tschüss Ich bin weg Oh lauf weg Jacob lauf Wir haben es verschießen Oh was Da kommt ja noch einer Alter wie gemein Wir haben noch einen Doppelkopf Okay warte mal Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Und ich habe keine Änderung Eigentlich fühle ich Eigentlich ist es besser Wenn wir sterben glaube ich Spring Oh der geht es mir nach Ach scheiße Okay Mies der Okay ich habe ein bisschen Schlecht gezielt Das war nicht gut Zählt eh irgendwann auch die Tode mit Wir müssen das nachher Einstieg dann sagen Ich habe es leider nicht mitgezählt Vielleicht ist meine Strategie auch eine falsche Was macht der denn da Was ist Wisst ihr was mein Problem In diesem Spiel ist Okay ich sage euch jetzt was das größte Problem ist Was ich bisher habe Ich meine abgesehen dass ich Scheiß unfähig bin Ja Warum klettert der jetzt auf einmal Da die Treppe Also diese Kiste noch Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht Und was mein größtes Problem mit dem Spiel ist Es ist So langsam Es ist Es ist so langsam Wenn du Du kannst dich nicht schnell umdrehen Oder sowas Das gibt es einfach nicht Wie mache ich denn das jetzt Der steht dann nachher in oder rum Perfekt Oh meine Güte Die Games Week Ihr Lieben Ich danke euch vielmals Für den Raid Was habt ihr denn schönes gemacht Wir sind gerade mittendrin In der Kalisto Protokoll Und bisher bin ich noch nicht So hundertprozentig Überzeugt vom Game Das gefällt mir leider Bisher noch nicht so gut Wie ich es mir gehofft hatte Dass es mir gefallen wird Und gerade sterbe ich In einer sehr dummen Passage Weil ich was probieren möchte Und es funktioniert nicht Und Ja Kommt gerne dazu Wir sind eigentlich noch Recht am Anfang vom Spiel Also im zweiten Kapitel gerade Und Es ist sehr brutal Sehr 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 brutal Und was ich machen will Ist gerade Warum geht denn der Dars Hier Da ist so eine rote Flasche Die ich mir Snacken möchte Jetzt Jetzt habe ich sie Okay Okay Jetzt hat es funktioniert Hoch Und runter Oh ich wollte eigentlich So einen Megaschlag machen Der ist hier richtig Was Was ist das Was ist das für ein Hintermonster Fuck it Oh scheiße Was für ein Cheater Da kommt einer von hinten Mann Warum Wieso Wie gemein Jetzt habe ich das endlich geschafft Boah Leute Was ist das für eine Scheiße Okay Ich muss es anders machen Das Feuerding Das Feuerding Muss ich fix für den Fetten Verwenden Weil sonst Boah es hat sich Meere zerfetzt Geil Oh Der war noch nicht tot Wie kann man so scheiße Was ist denn im Spiel Ich habe keinen Bock mehr Auf diesen Part Aber das mit dem Roten Zu zerfetzen War gut Also den Fetten Zu zerfetzen Ich nehme Die falsche Als ob Der noch lebt Der Hund So wo ist der andere Wo ist der andere Der da Mich heilen Derweil Schneller Wurscht So wo ist der Seht ihr wie langsam Ich mich bewege Alter wer soll denn Da sowas ausweichen Zeitlupe Bewegung Ich sehe Was ist denn das Ah er ist eh tot Okay Ich muss mal Munition hier snacken. Okay, also die Bewegung ist super langsam, super träge. Das ist echt nicht gut. Gefällt mir noch nicht. Aber Becky, das ist Game Feature. Das ist ein Feature. Kann nicht sich drüber freuen. Ich weiß ja auch nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht, Leute. So können wir ja noch nicht mal... Ah ja. Irgendeine Tür. Da. Hä, ich hab doch eine Sicherung. Boah, hat dich nicht vorhin irgendwann mitgenommen? Ach nee, die liegt hier einfach. Die Torsicherung. Wahrscheinlich kann man die Passage fast auch nur im Schleichen schaffen. Also bis zum Schluss. Sich das holen und dann... Wahrscheinlich ist die auch gar nicht so schwer, wie ich das jetzt da verkackert hab. Da denken sie so, Becky, man. Hm, sorry. Boah, jetzt klicke ich mal was. anstatt es rauszureißen und abzuschneiden. Das Ding ist echt verdammt groß. Elias, ich bin im Aufzug. Ich sehe die Schuhe. Die Schuhe. Elias? Hier ist nicht Elias. Ich sag's euch, der ist tot. Elias! Kannst du mich hören? Elias! Boah, wenn der Brass sich jetzt verabschiedet hat. Dresche. Und sorry für die Funkstelle, ja? Mir war totales Chaos. Die Mister kamen irgendwie rein und haben alles zerlegt. Kommen wir noch in die Schuhe? Ja, aber wir haben nur Notstrom. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ich bring dich da schon hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Nutze die Gondel, um die Schuhe zu erreichen. Oh nein. Das war früher mal das Monorail. Nutze das Monorail, um dort hinzukommen. Ich will nicht wieder ins Monorail. Jetzt erst mussten wir es reparieren, dann war es repariert, dann musste ich überall mit dem Monorail hinfahren. Dieses Monorail. Sicher ist sicher. Erstmal Trophäen. Jumpscare. Danke für... Oh, ich will ja nicht runter. Ist das nicht irgendwas, wo ich mich verbessern kann? Eine Werkbank? Ich wette, da oben war sicher ein 3D-Drucker. Ich habe ihn noch nicht gesehen, oder? Ah, schaut schlecht aus. Okay, ab rüber zur Schuhe. Ja, stress mich nicht. Ich wollte sieben Milliarden Viecher zerreißen, nur weil du mit mir... Ah, schau, da kann ich mich verbessern. Nur weil der Typ nicht mit mir gemeinsam gehen will. Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Ich pfeife aber ja nur United Tag. So, 300 Leute. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Schadensupgrade. Na gut, das kann man uns noch nicht leisten. Das können wir uns auch nicht leisten. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherungen. Ziel kann beim Aufprall verletzt werden. Was haben wir da jetzt noch? Diese Legierung machen wir jetzt noch drauf. Druck vor Verwendung überprüfen. Druck vor Verwendung überprüfen. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Ich bin doch schon da. Lass mich doch noch hier leveln. Monorail, da habe ich mehrere ängstliche Flashbacks von zwei verschiedenen Spielen. Ja, also die Monorail, wie gesagt, in Dead Space, die hat mich anders traumatisiert. Ah, wisst ihr, was ich machen muss? Ich bin so dumm. Okay. Ich bin doch nicht dumm. Jetzt habe ich alles an Munition verschossen. Ich dachte nämlich, was ich gerade machen wollte, war das Geschoss, was die halt schießen. Ja. Ich dachte, ich kann das nehmen und zurückschießen. Aber ich glaube, dass es auch geht. Aber ich glaube, da muss das Timing halt richtig perfekt sitzen. Weil sonst geht das halt nicht. Schön, dass das immer alles grün leuchtet. Wear gloves. Trage ich Handschuhe? Ich glaube nicht. Liegt da was am Boden? Ja. Ein Akkusatz. Muss ich den? Ja, vielleicht wäre ein Akkusatz gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Wie viel habe ich denn gerade noch einstecken? Hab E2, oder? GAP. Ja, passt. Ah, nein, nicht Sturz. Nutzen. Yes, jetzt ist es wieder vollgeladen. So, freut das die Becky. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so von wie heißt es hier God of War gewohnt, dass man Kreis drückt für alles zu öffnen und deswegen will ich jetzt auch hier die ganze Zeit Kreis öffnen, weil ich so eine Muscle Memory habe. Wieso habe ich das jetzt gerade rausgetan? Ich habe überhaupt nicht Zugang, was ich tun muss. Fuck. Jetzt? Da kann man irgendwo hochgehen? Das haben wir schon aufgemacht. Ach, hier. Schauen. Erstmal wieder irgendwas aus irgendwelchen Hälsern schneiden. Ah, da oben muss ich das reinmachen. Okay, kenn mich aus. Kenn mich aus. Aus was? Doom? Uh. Ja, gut. Doom war auch richtig Hardcore. Oh, noch ein Akkusatz. Das heißt, ich nehme das hier raus und gebe das oben rein. Mhm. Und wenn ich meine Umgebung gleich ein bisschen genauer im Blick gehabt hätte, dann wäre ich hier nicht. Drei vorbeigelaufen. An den Kisten, wo man hochklettern kann. Die Tür geht erst noch wenn der Strom wieder voll da ist. Mach dich kampfbereit. Als ob. Wo ist hier einer? Ach, hinter mir. Ich dachte, ich kann da durchlaufen. Ähm. Man kann's nicht. Wow. Okay. Nachdem ich hier... Hä? Wieso treffe ich denn nicht? Ich bin so schlecht. So. Ah! Was ist hier? Ja, Mia. Nice. Alter, Leute, ich bin todesgestresst hier. Scheiße, natürlich kommt genau jetzt einer. Boah, leckt mich alle. 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 Jetzt werde ich eh wieder zu. Weil das Ding schon wieder leer war. Ich meine, bewegt sich eh schon so langsam, bewegt sich mit den Dingern noch langsamer. Alles ist so fucking träge, es ist wirklich anstrengend. Boah, leckt mich alle. 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 Dann, nutzen. Boah, leckt mich alle. Bitte war's das jetzt? Let it be, let it be, let it be, oh no no no, das ist noch nicht let it be. Oh, Gott sei Dank, okay. Jetzt war es das aber. Ja, ja, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal alle tottreten hier. Damit die mir hier schön geben, Munition und all den anderen Scheiß. Jetzt könnte man übrigens ein GG im Chat machen, gell? Just seeing. Kann man sich freuen, dass wir es geschafft haben, juhu! Wo ist eure Freude? Ja, ja, danke Alpha. Das war nicht unser GG, aber ja. Gleich mal, ich freu mich grad uhr über die Trophäen, die wir jetzt freigeschalten haben. Oh, Gott, come on. Der Hund. Oh, fuck, falsche Taste. Jetzt sterbe ich nochmal. Ich hab kein Ding. Boah, wie dumm war das gerade bitte von mir. Wie dumm. Einfach so viel Munition verplempert. Alles, was wir grad schön bekommen haben, einfach weggeschmisst. Okay, ich hab keine Batterie mehr. Ja, jetzt muss die ganze Scheiße halt aufladen. Waren wir da nicht so uviel eingesammelt, so ein Batteriezeug? Sondern noch zwei eingesammelt? Ich hab doch nur eine genutzt, oder? Hm. Na gut. Idees, was die Idees? GG, Rippia, dankeschön, dankeschön, Ritt. Du hast sie gar nicht gekillt, du hast die Maschinen arbeiten lassen. Aber das erfordert auch Brain, dass man das machen lässt, ja. Ja. Achso, von da bin ich gekommen. Okay. Dann mal hoch mit uns. Aktiviere die Schuhsteuerung. Schuh, Schuh! Ja, weil ich jetzt auch auf einmal Computer-IT-Hacker bin. Oh ja, gleich mal wieder Energieumwandler schnappen. Und hier gegen Geld eintauschen. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Ah, hoppala. Das sind Gesundheitsinjektoren. Die will ich nicht verkaufen. Hm, wir müssen den Handschuh verbessern. Und zwar erhöht die Schleuderkraft durch Entfernen von Sicherungen. Ziel kann beim Aufprall verletzt werden. Ähm, maximale Energiekapazität. Nein, das da ist gut. Dass es verletzt wird. Eigentlich, was ich lieber upgraden würde, wäre sowas, dass man es weiter schießen kann. Das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Ja, die Schredder waren richtig gut gerade. Die Schredder haben geregelt. Ohne Schredder wäre gerade gar nichts gegangen. Hätte ich im Leben nicht gebockt. Die Kämpfe. Abgeschlossen. Da kann ich auch nicht irgendwas tun. Wir haben aktiviert, was wir aktivieren mussten. Und dann gehen wir wieder runter. Dann muss ich hier gleich wieder irgendwas fressen. Ha! Diesmal nicht. Oh Gott, ich höre es aber schon. Oh, da unten ist wieder ein Spucker. Ein Spitter. Die Frage ist, wie mache ich den platt? Ich habe auch keine Telekinese. Was ist mit dem Ausweichen immer noch nicht? Oh, nice. Wisst ihr, wie ich den gerade getötet habe? Den Spitter. Das war richtig geil. Also abgesehen davon, dass ich gleich tot bin. Aber wisst ihr, wie wir den gerade getötet haben? Nicht mit der Telekinese sein Ding genommen und geschossen, sondern ich habe auf seine Kugel geschossen. Glaube ich. Und dadurch ist sie explodiert und hat ihn dann so kaputt gemacht. Alter, er brennt einfach. Danke. Oh, jetzt ist er wieder aufgelandet. Tschau. Haha. Netzt. Wart mal. Da steht, befreie den Häftling. War das jetzt der Dude, den ich gerade über Dings geworfen habe? Das ist leer. Da ist niemand. Nee, willst du ihn jetzt looten? Ja, das habe ich ein bisschen vertan. Das habe ich mir dann auch gedacht, dass das nicht so gut ist. Elias, ist das wirklich die richtige? Hey. Oh. Nein. Das ist sie? Ja, hol mich hier raus. Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass sie es ist? Ist sie es, die wir suchen? Hey. Ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich bin hier schon ewig. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay. Und du? Du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Der vertraue ich nicht. Wegen der sind wir überhaupt da. Die ist überhaupt schuld wahrscheinlich an allem. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Mir? Da rückt was vor dir. Notfallverriegelung gestartet. Elias! Ich schwöre, Jacob. Ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Felle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. As always. Nein, ist denn okay? Klar. Du musst zum Müll entsorgen, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Das Transfer beendet. Moment. Was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau dem... Niemanden vertraue ich. Da, zack, raus mit mir. Nakamura? Der Name sagt dir was? Das Schiff in Dead Space hieß Ishimura. Ja, schön. Ja, schön. So, ich habe es jetzt nicht ganz gecheckt. Hat sie zu mir gesagt, dass der andere was von mir verbirgt? Oder hat sie zu dem Typen gesagt, dass ich was vom Elias verberge? Ah, easy. Was den Schuss wahrscheinlich gar nicht wert. Oh, aber eine Batterie. Wunderbar. Das hat sich mega gelohnt, den zu killen. So, aber wo kam der raus und wo muss ich hin? Ach, hier durch den Spalt. Nein. Nein. Diese kleinen Facehugger-Dinger. Auf vieles habe ich Lust, aber nicht auf die. Ja, kommt wieder ein Schuss. Ich rufe jetzt die Bahn. Achso. Ich dachte schon wieder Jumpscare. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. Du Becci-Acker-Spielfigur zu Elias. Okay. Was für eine Lügnerin. Ich verberge gar nichts. Kann ich da durchgehen, ohne Angst haben zu müssen? Ich bück mich mal lieber. Sicher ist sicher. Fuck, Mann. Schon wieder so ein Langhals. Ich habe den nicht gesehen. Wer sieht die denn? Ich habe die ganze Zeit auf diese Buchs da unten ge... Also auf den... Hier, das da geachtet. Weil ich so dachte... Wait. Da kommt sicher einer raus. Und dann kommt ein Langhals. Oh Gott, da schlägt irgendwer seinen Kopf gegen ihr. Oh. Was war das? Da hatten wir schon mal wieder einen. So, wo kam das raus? Schnell aber. Oh Gott. Ich meine, kostbare Munition dafür, wo ich es nicht... Verheilen muss ich mich jetzt schon wieder. Ich verlasse jetzt ins Glück. Viel Spaß beim weiteren Spielbecki und allen anderen weiterhin. Viel Spaß beim Zuschauen. Bye, bye. Tschüss, Tiger. Danke fürs Reinschauen. Ach, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen gewaschen. Das Wasser, was da rauskommt. Hoffentlich kein Toilettenwasser. Das wäre nicht sehr günstig. Und richtig widerlich. Und das wollen wir doch nicht, oder? Ah, das war ein Verbrüßler. Ah, das war ein Verbrüßler. Okay. Ich will halt nicht immer Munition und sowas nehmen, sondern wenn ich schon so ein Nahkampf-Kackteil habe, dann halt auch ein bisschen mit dem Nahkampf-Kackteil arbeiten. No, what I mean? Ja, und wo jetzt hin? Ah, okay. So funktioniert das. Mayonnaise-Typ, Hallöchen. Okay. Der Lüftungsplatz in der hinteren Ecke bringt dich zum Müll und so. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischneißen. Wer, 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 wer? Ich muss ein bisschen bei diesen Nahkämpfen einfach geduldiger werden. Bruder, wieso kein Leben? Bei Robotern vorbeischleichen. Na wunderbar. Erinnert mir vorhin, wie ich kurz zur Toilette gegangen bin, gesagt, dass er bei den Viechern nicht gestorben ist, aber dafür bei den Robotern. Und ich so, wie konntest du da in dieser Schleichpassage sterben? Die war so easy. Aber es fragen sich wahrscheinlich Menschen, die mir zuschauen auch, warum ich in manchen Passagen sterbe. Er meint auf jeden Fall, dass die Roboter auch richtig geil töten. Und ja, das Spiel schaut ganz geil aus. Mich hat es leider noch nicht 100%ig vom Gameplay überzeugt, leider. Was? Nutze Fernkampfwaffen um den Kopf? Ja, ich... Das treffe ich doch im Leben nicht, den Roboter. Kommt er denn jetzt in der Mitte, oder? Oh, das habe ich ja mal schön verkackt. Wenn Becky aufs Spiel hört. Ich schleiche mich da einfach vorbei. Was muss ich denn anschießen, Mann? Ja, wenn man nicht schleicht, sondern Rambo macht, dann ist es nicht einfach. Ich schleiche die ganze Zeit, du brav. Aber was muss ich denn da... Was stand da? Ich muss mir klicken L2 und dann... Also, hä, warum? Ich meine, es wäre auch einfach mal schön wissen, wo ich hin muss. Ich meine, da geht da eh so eine Runde. Der geht jetzt hier, dann kommt der da und dann geht da die Runde. Und dann geht man ihm halt einfach nach. Sammelt man noch Leben an. Und dann geht's, dann geht's, dann geht's. Well, well, well. 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 Ich dachte, ich loot den noch entspannt. Ja, in Schwarz, ich loot den entspannt. Hat mich der Roboter gesehen. Ich dachte aber nicht, dass er mich so weit zieht. Komm da her, Brudi. Da kommt er. Das war knapp. Jetzt wäre ich wirklich fast wieder im Roboter-Ding gewesen. Sehr gut. So, und jetzt ist aber nichts wie raus hier. Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Ja, ja. Beim Checkpoint. Mhm. Okay. Wieder ein Jumpscare, von dem ich verschont war, weil ich in den Chat geguckt hab. Ja, danke für die Information, ey, Gis. Oh nein, warum? Kommt sicher gleich ein Arm durch. Ich mach's lieber ein bisschen weg, weil ich sie ja gleich schreien werd. Ah, na schau. Wie sie aber die Musik extra intens machen. Wie, ansonsten komm ich da nicht rein? Das war die Falle. Okay. Becky begegnet der Falle. Kann man gleich klippen. Das war gut. Das war... Oh, ist das gut. Mhm. Oh, hä, wieso hab ich jetzt... Wieso haben wir Dings gewechselt? Sorry. Ich... Ich wollte eigentlich nur den Clip machen. Entschuldigung. Jetzt mal die Szene gewechselt. Ich habe die Spannung. Ich weiß, dass du nicht in der Fall wasst. Geh. Was ist denn da? So. Okay, aber ich kann da nicht hochklettern. Und was dann? Ah. Nein! Oh! Gott. Ist immer nicht schnell genug zurückgehen kann. Oder einen Angriff abbrechen. Boah, muss ich jetzt jedes Mal mich da durchquetschen, geh bitte. Ich werde das sicher noch öfters verkacken. Und diese Passage soll elendigst lang. Aber sie geht eh nicht bis ganz nach vorne. Oder? Nein, sie kommt nur bis dahin. Nein, sie kommt nur bis dahin. Ich muss warten, bis sie vorn ist. Schau. Schau! Boah, das war knapp. Puh. Ich kämpfe doch nicht nochmal da. Ain't got time for this. Aber wir können jetzt wenigstens aus dem Fenster schauen. Das ist nicht schön. Schöner Callisto-Mond. Elias. Ich bin da. Die wurde gebaut, Buddy, damit die, äh, Insas nicht ausbrechen. Dafür wurde die gebaut. Das Sicherheitsding. Oh, wie schön. Wow, verdammt gut, der noch singt. Ich da. Mit verdammt liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich seh ihn. Und den Hangar seh ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, da bin ich früher oft angeflogen. Dass ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an dem Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatsgruppe bewegen. Habitatsgruppe. Und wie zur Hölle komm ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich hab früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Suchte, die ich in deinen Chor geladen habe, spielst du ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hol dich an der Bahn, Schatz hinab. Easy peasy. Easy peasy. Ich meld mich. Also. Nein, das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal, bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich an, Leia. Dann hat es irgendwo eine Luke sein. Und. Sie kippt sicher. Irgendwo eine Luke. Danke. Viel Glück. Mhm. Junge. Das ist die Luke, die er meint. Warum höre ich hier schon wieder die ganze Zeit jemanden? Ist der nicht Maya gegangen? Wahrscheinlich hat die Maschine nicht zerhexelt. Und deswegen hören wir jetzt die ganze Zeit. Aber gut. Ab zur Kuppel. Und bis zur Kuppel haben wir kein Signal zu Elias. Ungemütlich. Sehr, sehr ungemütlich. Habe ich verpasst? Kriege ich ein kurzes Recap? Ja. Erstmal. Hallöchen und wunderschönen guten Abend, Buddy. Das Recap. Wir sind Jacob, der eigentlich ein Pilot ist, der Frachten fliegt. Aus irgendeinem Grund. Also Habitat ist jetzt das dritte Kapitel. Aus irgendeinem Grund wurde unser Flugzeug, das wir geflogen sind, mit Fracht hinten drinnen, von Terroristen überfallen. Und wir sind dann auf diesem Mond, Kalisto, das ist ein Gefängnismond, da sind wir gelandet. Also wir hätten dort was hinbringen sollen, aber die haben irgendwie unsere Fracht da sabotiert und das Flugzeug ist dann abgestürzt. Und wir sind aus irgendwelchen Gründen festgenommen worden. Kaum sind wir auf diesem Planeten, es ist nicht viel Zeit vergangen, plötzlich, also wir sind jetzt dann Gefangene geworden, wir wissen nicht warum, ist alles, also wir schlafen, wachen wieder auf und plötzlich steht das ganze Gefängnis in Flammen, die Insassen brechen aus und sie verwandeln sich in so komische Monster und wollen alles töten und fressen. Und auf unserer Flucht haben wir den Elias getroffen, der sich anscheinend sehr gut auskennt, aber wir wissen nicht warum. Und wir sind Pilot und er sagt, okay passt, wir gehen zum Hangar und beim Hangar können wir dann ein Flugzeug starten. Dafür haben wir gerade noch eine andere befreit. Und die andere, die wir da befreit haben, das war diejenige, die unser Schiff angegriffen hat, weil die irgendwas auf unserem Schiff gesucht hat und klauen wollte. Genau und zu dritt versuchen wir jetzt eben halt, also sie kann nämlich das Flugzeug im Hangar dann aktivieren und ich kann es steuern und uns wegbringen. Und das ist jetzt gerade unsere Mission, wir wollen weg von dem Planeten, der ein Mond ist, auf dem ein Gefängnis ist und ja, das ist jetzt mal bisher, was ich weiß. Ich hoffe, das war ein okayisches Recap. Wir kämpfen mit einer Nahkampfwaffe, das ist so ein Elektroschocker-Teilschwert und ab und dann schießen wir auch. Und wir haben ein Telekinese-Tool, was sich aufladen muss. Falls du Dead Space kennst, Buddy, es ist viel, viel wie Dead Space. So vom Flair. Alter, wie ich nie Geld hab. Wie soll ich denn hier was kaufen? Ich hab 135 Credits. Also entweder spiel ich echt schlecht oder ich loot schlecht oder... Ich weiß ja auch nicht. Oder wir... Ich mein, wir sind jetzt Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Wir spielen jetzt, was, drei Stunden circa? Ungefähr so ein Pi mal Daumen. Bisschen weniger. Hallo? Hallo? Mhm. Eingang 21 A. Denn endlich zum Müll- und Saugen versetzt wurden. Echt Scheiße hier. Eingang 21 A. Denn endlich zum Müll- und Saugen versetzt wurden. Echt Scheiße hier. Da steht Abwasseranlage und er sagt Müllanlage. Es ist gut, dass Untertitel und was die Sagen so gut zusammenpasst. Ah ja, okay. Wir können sich so bewegen. Okay. Nein, wir können sich so bewegen. Wie ein normaler Mensch. Ja, ich hätte sie jetzt eigentlich erst genommen, aber... Oh Gott, ich und Kisten schieben, Leute. Trauma. Wunderbar. Erstmal hier schön looten. Bei meinem Glück kommt erstmal wieder ein Facehugger raus. Rapid Eda. Hallöchen. Schönen guten Abend. Wow, Energieumwandler. Wunderbar. Wie geht es dir? So, wo können wir die Käse dann noch hinschieben? Dass es einen Sinn macht? Oder macht die Eda Sinn? Weil hier komme ich nur hier hoch. Aber ich kann nicht aufs Rohr klettern oder sowas, oder? Ah nein, aber da oben, schaut's, da hängt, da liegt noch was. Uh, das müssen wir auch gleich mitnehmen. Nein. Oh, Inventar voll? Das ist nicht gut. Dann lass mal... Oh, fuck. Was lass ich denn dann da liegen? Hm, das tut mir schon ein bisschen weh. Aber ein makelloser Energieumwandler, Leute. Den möchte ich nicht verschmähen. Gut. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo der andere Weg ist, den ich gehen soll, um den roten Rohr zu folgen. Ich fahre nochmal von hier oben. Nee, hier sind wir runtergekommen. Diese ganzen... Ähm... Wissen Sie, diese... Ähm... Gitterschächte. Da hab ich mal ein bisschen Schiss. Dass da irgendwas rauskommt. Wie lange willst du noch streamen? Oh, ich weiß nicht. Bisschen noch auf jeden Fall. Denkt man bis halb neun, neun. Könnte ich mir gut vorstellen. Ach, schau. Die Kiste hat einfach einen Weg freigegeben. Well. Gut geht's dir? Super. Das lese ich gerne. Kisten schieben. Da hat Zelda mich traumatisiert. Braucht keiner. Vor allem, du schiebst ja gar nicht, du... Hoverszieher durch die Gegend. Ja, beruhigend. Was Großes. Was sehr, sehr Großes, glaube ich. Alex, übrigens. Ich glaub, du darfst gar nicht auf dem Stream sein. Spiels ab 18, mein Lieber. Oh no. Mal schön auch Scheiße riechen. Ah, schade. Natürlich hab ich jetzt keinen Schuss. Jetzt mach ich endlich mal so eine schöne Parade und dann... Bitte. Wäh. Dann würde ich dieses Abwasser kriechen. Warum muss ich immer so eine Scheiße machen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ha. Macht nichts. Nach der Regel darf ich quasi zweimal am Stream sein. Ich geb Alex einfach 18 Jahre von mir ab. Ach nee, warte. Bin ja erst 33. Aber wer zählt schon mit? Seit Corona. Ha. Ha. Ich seh schon. Hm. Warte mal, warte mal. Ich hab jetzt ein Dead by Daylight Spiel Birthday Date mit lieben Menschis. Weil du heute deinen Geburtstag feierst mit den lieben Menschis gemeinsam. Warte mal, was hab ich jetzt überhaupt gerade gemacht? Ich hab grad nicht geguckt. Da wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und vielen, vielen Dank, dass du dann reingeguckt hast. Und ein großes Happy Birthday. Genieße den Tag. So, was hat das jetzt gemacht? Leute, ich habe gedreht und musste Buddies lustige Nachricht lesen. Und weiß jetzt nicht, was ich genau getan habe. Ach, hier geht's eh gleich weiter, short. Und wenn hier nicht, was ich so, was er war, habe ich dir 18. Oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, ich glaube, da geht es einem nicht gut. Oh nein, was passiert mit dem? Das war unsichtbar. Und es kann fliegen. Mami, ich will weg. Warum muss ich hier sein? Hier ist nur Tod und Leid und böse Kreaturen. Rette mich, rette mich. Ich halte das nicht mehr aus. Oh Leute. Ich will nicht. Ich will mir das für einen PC kaufen, aber anscheinend ziemliche Performance-Probleme am PC. Ja, ich würde es halt auch für die Playstation holen. Ich würde sowas halt auch niemals am PC spielen. So ein Game. Aber das ist persönliche Präferenz. Oh. Schön. Aber wie gesagt, das ist nur persönliche Präferenz. Oh, ich habe keine. Well. Dann, ganz ehrlich, dann warte vielleicht noch ein bisschen, bevor du es dir für den PC holst, wenn es da so die Performance-Probleme gibt. Das habe ich jetzt nämlich auch schon viel gelesen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt auf der Playstation auch nicht immer so hundertprozentig flüssig ist. Aber das liegt nicht an der Playstation, sondern einfach am Game. Es ist so ein bisschen träge ab und an und sehr, jo. Langsam in dem, was es tut. Aber ich glaube, dass man auf der Playstation im Ganzen besser spielen kann als am PC. Okay. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Dann mal wieder rein in den Schacht. Wasi sagt auch, vielleicht ein bisschen warten auf dem PC. Achso, zu ICU hat das geschrieben. Tut mir leid, ich habe gerade nur die blaue Farbe gesehen. Rapid, jeder, vielen Dank fürs Reinschauen. Genieße dein Date, genieße den Tag. Viel Spaß dir. Danke. Ich habe irgendwie Cyberpunk-Flashbacks, wenn ich mir die Bewertungen auf Steam durchlese. Ja, pfuh. So schlimm wie bei Cyberpunk ist es aber nicht. Also. Leute, was ist es? Wisst ihr, was mich das erinnert? In welchem Dead Space-Teil waren denn die Terrorhühner? Wo waren denn die Terrorhühner? Waren die im zweiten Teil oder waren die schon im ersten Teil? Ich glaube, im zweiten Teil waren die die Terrorhühner in Dead Space. Das hat mich anders, anders mein Leben kaputt gemacht. Okay. Also wir sehen, wie sie sehen, sehen sie nicht. Oh je, oh je. Das Viech wird sowas von gleich kommen, mich fressen. Wir haben eine Torsicherung. Oh, warte mal, die machen die gleich kaputt. Nicht, dass da nachher wieder kleine Babyfacehugger rauskommen. Die braucht wirklich niemand. Ich wusste es! Oh mein Gott, was ist das für eine ausgepurte Hölle? Okay, sorry. Was haben wir kapiert? Ich habe gar nichts kapiert. Ich habe nur Schiss. Wo ist es? Oh, das ist so einer. So. Und sein Scheißkopf... Kann er mich mal. Ich muss mal die Scheißwaffe nachladen, Leute. Ah ja, jetzt ist sie wieder nachgeladen. Story of my life. Dass diese Waffe nie nachgeladen ist, wenn ich sie mal brauche. Oh, da kann man wieder irgendwas rausschneiden. Dann schneiden wir mal schön. Fleischi. Das Ding muss fallen lassen, oder? Jetzt kommt gleich wieder das Huhn. Okay. Okay, das Ding hat mich einmal geboxt. Aber anscheinend. Ja, wait. Wieso sind manche Passagen so ultra schwer und das heißt wieder... Schön sterben hier. Okay. Okay, ciao. Ich bin raus. Denke ich. Hier nehme ich an die Szene mit den Terrorbabys. Das hat mich kaputt gemacht. Alter, die Babys. Ja, das war auf jeden Fall auch Next Level. Muss dem roten Ohr folgen. Ja. Es ist definitiv spielbar. Also das habe ich, was ich gesehen habe bisher. Ich habe ja heute schon ein bisschen reingeguckt. Bei diversen Streamern. Es ist nicht so wie... Wie gesagt, damals bei Cyberpunk World so wirklich, wirklich viele krasse Bugs waren. Ich meine, ich hatte jetzt hier Tonprobleme zum Beispiel. Entschuldigung. Ich hatte hier jetzt Tonprobleme. Dass die Synchron nicht immer ganz gepasst hat. Und... Ja, ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt tun soll, Leute. Einfach raus aus dem Wasser. Raus aus dem Wasser. Wieder her zu meinen Babys. Zu meinen Eiterpickelbabys. Sterbt sie, ausgebotene Hölle. Sicher, sicher. Dann schießen wir es halt an. Ah, das hat sich gelohnt. Schaut, wie viele Sachen da rumliegen. Credits, Revolver-Munition. Super, ich habe mehr Munition verballert, als was ich jetzt hier... Sehe ich das Teil schwimmen, oder wie ist das? Also, schwimmt das hier wirklich irgendwo rum, oder ist das... Skriptet, was da passiert. Oh, da um die Ecke ist sicher irgendwas. I need to know. Aber Becky, warum machst du das? Das fieh ich im Wasser. Ja. Aber vielleicht ist hier Geld. Oder... Vielleicht ist es auch einfach nur Scam. Aber hier ist das rote Rohr. Das rote Rohr, dem ich folgen muss. Ich weiß nicht, ob... Ich denke, die ganze Zeit, ich höre es im Wasser schwimmen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es kommt. Oh je, was muss ich denn Darts wieder drehen? Oh, toll. Die Rätsel sind echt schaffbar in diesem Spiel. Bisher. Alpha, auch an dich, vielen Dank fürs Reinschauen und wunderschönen Abend noch. Ciao. Ah, wir können mal wieder... Ja, hier bitteschön. Ich habe ein makelloser Energieumwandler. Nochmal Energieumwandler. Und jetzt gibt mir die Upgrades, baby. Erhöht den Schaden durch Überladen von Energierregulatoren. 900. Ja, well. Okay. Ain't got money for this, bitch. 600. Das kann man uns auch noch nicht leisten. Änder das Magazin, um Magazine mit hoher Kapazität aufzunehmen. Okay. Das wären mal 200, dann habe ich noch 300 frei. Gut, da brauche ich eh mal 900. Mhm. Mhm. Okay. Dann halt da mal das hier. Ein größeres... Magazin. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir hier jetzt nachladen können und bauen können und so. Kommt bestimmt jetzt der Bossfahrt. Gegen dieses Ekelvieh. Pass auf! Oh, in meinem Fall, die Geld, die Kleinen. Auch wenn es wenig Geld ist. Aber immerhin Geld. Kleinen Geringverdiener. So. Ist es jetzt offen? Oder was haben die gemacht? Kann ich das jetzt nicht drehen? Ah, jetzt habe ich sieben Schuss drin. Ich wollte nämlich gerade nachladen. Hey, warte mal, davon bin ich ja gerade gekommen. Das ist ja wieder eine Schachtkletterei, oder was? Achso, nein, von da bin ich gerade gekommen. Warte mal, ich bin ja gerade komplett dumm. Ich bin ja in den Schacht geklettert. Und jetzt habe ich die Tür aufgemacht. Ich hätte jetzt eigentlich eh raus... Jetzt bin ich komplett verwirrt, Leute. Komplett verwirrt. Diese Viecher haben mich gerade komplett verwirrt. Denk sie dir nicht aus. So. Jetzt kann ich hier einfach raus. Da. Und da ist quasi der Schacht gewesen. So. Jetzt haben wir beide Sachen aktiviert. Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Und jetzt können wir dort reingehen. Ich meine... Ich weiß nicht... Wann das so logisch sein sollte, dass ich das mache. Ja. Also... Was mir im Spiel jetzt irgendwie den Hinweis gibt, dass ich das machen muss. So, oh, da will ich rein. Ich meine, ja, da war das rote Rohr. Ich habe schon gedacht, dass ich da hin muss, aber... Ich finde, dass mir nichts verdeutlicht hat. Ich müsste da jetzt irgendwelche zwei Dinge drehen. Nicht, dass ein Spiel einem alles vorkauen muss. Aber so ein bisschen... Weiß auch nicht. Vielleicht könnt ihr ja nachvollziehen, was ich meine. Nein, nein, Junge, Junge, Junge. Geh da lang, genau. Ich könnte mich da eh nicht orientieren. Ich verlaufe mich manchmal schon im Kaufland. Ja, ich finde halt auch so ein bisschen, dass manche Sachen hier so schwer kommuniziert werden. Also... Man ist sehr oft sehr auf sich allein gestellt und... Ich weiß jetzt gar nicht so recht. Warum, weshalb, wieso. Oh nein, wo? Oh! Oh! Hm. Boah, das erinnert mich so krass an eine Multiplayer-Map aus Dead Space 2. Wo ist der? Das ist wieder leer. Ah, scheiße. Wenn so viele Gegner sind, bin ich einfach überfordert. Ist die Steuerung eigentlich intuitiv auch für dich? Für mich als Zuschauer wirkt sie irgendwie etwas klammsi. Sie ist ultra-klammsi. Sie ist super-klammsi und gar nicht inno... hier intuitiv. Das Kämpfen fuckt mich Ärger an. Du musst halt so ausweichen und... Ja, ich weiß auch nicht genau. Macht mir nicht so viel Spaß. Leck mich. Wie? Alter. Jetzt kommt er mit seinen scheiß kleinen Tentakeln... wo ich mal mein fucking Gesicht hatte. Ja, und irgendwie bin ich halt in den Kämpfen, wo halt viele sind immer noch recht schwer am Überleben. Ah! Hallöchen, lieber Playstation-Stream-Side, herzlich gegrüßt! Dankeschön, Taito, für deinen Raid! Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Kalisto-Protokoll-Stream. Ich kann mir gut vorstellen, ich hatte so viele Jumpscares, dass dein Pulsgurt sehr oft sehr hoch in die Höhe ging. Ja, ich habe mich erschrocken, vielen Dank dafür. Ich habe mich auf jeden Fall erschrocken, ja. Ich habe mich erschrocken, erschreckt. Ich habe mich erschreckt. Wie geht es euch? Wie geht es euch nach, was habt ihr, zwei Stunden reingeschaut? Kalisto-Protokoll. Wir sind ein bisschen weiter, also wir sind jetzt sicher schon so bei zweieinhalb Stunden. Ähm, drei Stunden. Na, warte mal, wir spielen schon... Ach, ich streame schon drei Stunden. Äh, ja, wir sind ein bisschen... Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein bisschen weiter sind, ähm, als Taito. Unsere Aufgabe ist gerade, ähm, zu einer Kuppel zu kommen, nachdem wir einen Gefangenen, einen... Wir haben Elias befreit und dann haben wir mit Elias gemeinsam noch einen weiteren Gefangenen befreit, der uns helfen soll, von diesem Planeten zu entkommen. Und jetzt müssen wir, weil wir natürlich wieder abgetrennt wurden von den anderen, wie das halt immer so ist, müssen wir jetzt zu einer Kuppel kommen, ähm, und auf dem Weg dorthin, ja, sind wieder zahlreiche Monster auf unserem Weg und ich verkacke hier gerade sehr oft, äh, bei einer Passage. Der Puls ging eigentlich, okay. Sehr interesting bisher und super ausgeglichen. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich bin noch... Ich bin nicht hundertprozentig mega happy bisher, äh, mit dem Spiel. Ich habe mir ein bisschen mehr... Also nicht mehr erwartet, anders. Ich habe es mir anders erwartet. Ich mag das Kampfsystem nicht wirklich. Ich bin leider nicht so großer Fan vom Kampfsystem. Versuche aber da auch so ein bisschen reinzukommen und mich nicht allzu dumm anzustellen. Aber die meiste Zeit bin ich leider doof. So. Jetzt kommt hier nochmal ein Spitter, also hier einer von diesen Zweikopf-Spuck-Dingern und ein normaler. Ich finde es halt schade, dass ich nichts habe, wo ich die reinschmeißen kann. Oh Gott, wenn man nochmal treffen würde. Was? Ich habe zur Seite geklickt! So. Muss man den noch loswerden? Oh, scheiße, natürlich. Kein Schuss mehr. Ich habe gar keinen Schuss mehr? Was? Achso, ich habe keinen Schuss mehr. Hä? Jetzt habe ich extra zur Seite gedrückt wieder. Scheiße. Ich habe keinen Schuss mehr gehabt. Ja. Den Part versuche ich jetzt gerade zum dritten oder vierten Mal und ich schwöre bei Gott, ich bin so trickert. Ja, stimmt. Das war auch ein Punkt von Honey gewesen, das Kampfsystem. Bist ja auch ein Stein. Sehr stark. Was? Wäre jetzt ein Stark? Achso. Taito. Weil er ein Stein ist mit seinem Puls. Ich schwöre mich schon so oft so orgaschrocken. Das ist Respekt. Ach, schade. Ich wollte den fetten... Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wenn ich dann so drölf Jahre warten muss, bis mich was angreift und vor allem jetzt so noch God of War, wo man so reinrennt, die ganze Zeit alles niederschnetzelt und auf einmal komme ich zu einem Gameplay, wo es wichtig ist, dass ich halt mal abwarte. Hä? Ich habe doch zur Seite geklickt. So, wo ist der andere? Wo ist der Spitter? Wo ist der Spitter? Okay. So, okay. Wunderbar. Also, was ich lernen muss bei dem Spiel, ich muss viel geduldiger werden, viel ruhiger werden. Aber wie gesagt, es geht mir einfach schon auf die Nerven, dass diese Viecher überhaupt so nah an mich rankommen. Ähm, also erstmal hallo an alle nochmal, die jetzt vom Playstation-Kanal rüberkommen. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin Just Becky. Ich streame auch ab und an auf dem Playstation-Kanal und wenn ich nicht am Playstation-Kanal streame, dann streame ich hier auf meinem Kanal. Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr auf der Kalisto-Protokoll gefreut, weil ich ein enorm großer, ein wirklich riesengroßer Dead Space-Fan bin. Also, ich liebe dieses Spiel und der Kalisto-Protokoll wurde ja von einem der Dead Space-Macher auch gemacht. Und das merkt man in sehr vielen Fasern des Games. Ah, ich drücke immer Kreis. Dass das eben so ist. Ich finde es geil, dass er immer sagt, ich habe es kapiert und ich immer nichts geschnallt habe. Und, genau, also man merkt dann an sehr vielen Stilelementen des Spiels, dass da halt auch so Dead Space-Wipes mit... Huayben! Okay. Ruhig, Rebecca, ruhig. Ah, ich habe Panties mehr. Jetzt habe ich falsch geklickt. Jetzt tot? Oh no, oh no, oh no. Ja. Ist das jetzt... Hä, scheiße, nein. Das war dir aus. Puh, Leute. Ich bin so kacke im Kämpfen. Das heißt, ob ich jetzt überlebt habe, ist eigentlich frech. Das war so unverdient. Und, dass ich keine Schuss habe, nervt mich gerade noch mehr. Ah, schau mal an. Da wären so Sachen zum Schießen gewesen. Kenne deine Umgebung. Kenne deine Umgebung, aber Becky kennt sie sehr schlecht. Ist ja fast wie das Kampfsystem... Oh, scheiße. Ich habe zu früh geschossen. Super, jetzt haben sie keine Köpfe, aber sie gehen mir trotzdem auf die Eier. Was? Ein Schlag? Oh, ich schwöre, wenn ich jetzt den ganzen Part nochmal machen muss, dann... Nein, okay, ab hier. Passt. Ja, aber Becky, du hattest nicht mehr volles Leben. Was heißt, das Kampfsystem bei Pokémon? Was habe ich verpasst? Ich habe Karmicin und Violetta noch nicht gespielt. Ich dachte, ich vergesse. Ich dachte, ich L1 kriege, Mann. L1 ist ja tot. Was soll ich denn noch klicken zum Ausweichen? Okay. So, du auch, ja? Ha! Was habe ich eigentlich für Orgereflexe? Hä? Ich drücke immer Ausweichen. Ach Gott. So. Wo ist die andere? Komm, wer da? Vielleicht sollte ich einfach nicht nach hinten laufen. Lohnt das überhaupt? Was kriege ich da? Ich muss schauen, dass ich gut ziele. Nein, dann gegenwandelt das schon geil. gleich heilen, gleich heilen, gleich heilen. Und dass wieder einer kommt und dann kriege ich wieder nur einen Schlag und dead? Also, es war nur ein Scherz. Ja, ich dachte, ich habe noch mal noch mal irgendwas verpasst, außer sehr krassen Performance-Sachen und was nicht alles so toll ist an dem Spiel. Ich glaube, meine Mitbewohnerin freut sich gerade über die Gaming-Sounds auf dem Monitor-Lautsprecher. Ei, ei, ei. Du traust dir aber was zu, Lion. Du traust dir aber etwas zu. Alter. Was? Wieso? Wieso? Weißt du was, Junge? tschau? Als ob der jetzt wieder da ist. Was ist ein anderer? Alter. Jetzt habe ich nicht alle einfach gleich in den Tod geschubst. Dass ich jetzt so viel Lebensdinger verbrauchen muss, das ist einfach nur peinlich. ist peinlich und ich geniere mich. Sorry. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber mein Bestes ist echt nicht gut genug. was gibt es denn hier noch? Was gibt es denn hier noch? Nein, tschüss. Bin weg. Bye-bye. Ich weiß halt nicht, in welchen Raum ich als erstes will. You know? Oder will ich hier nicht rein? Ah ja. Okay. Vielleicht gehen wir doch nochmal in die andere Seite. Lager. Okay, da steht Lager. Ja, da gibt es sicher was, da gibt es sicher was zu holen. Ha! Da wollte mich irgendwas jumpskeren, aber es hat mich nicht gejumpskaten. Sehr gut, das war wichtig. Und jetzt gib mir bitte ein Lager und belohne mich einfach nur dafür, dass ich so neugierig war. Und ohne ohne Bestrafung. Oh wow, das hat mich jetzt fast erschreckt. Fast, 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 fast. Oh ja, Schatz, genau mit Goodies. Goodies, Becky will Goodies. Leben. Munizio, Coole Anzüge. Oh, jetzt werde ich dekontaminiert. Oh, oh mein Gott, da hatte jemand ne Freundin. Aber jetzt ist er wahrscheinlich dead. Oder sie. Oh nein, kleine Babyhuggers. Facehuggers. Okay, noch mehr. Oh ja, Mann, das war ne gute Entscheidung, hierher zu kommen. Was war hier los? Aber was war hier los? Ich sag, was gibt's? Das war hier los. Tote Birks. Hier ganz viel Munition einsammeln, alles kaputt machen, was nicht nid- und nagelfest ist. so dunkel. Ah ja, was war hier los? Das würden wir jetzt erfahren, wenn ich mir das anhören würde. Aber ratet mal, was ich nicht mache. Oh Gott. Ich mach das schon wieder ein Hagger. So ein mit Hals. Ein Halshagger. Oh Gott, wollen wir das sehen? Da kommt mir doch sicher einer entgegengesprungen. Ah. Schön. Warte, mein Inventar ist voll. Was sind da noch so drin? Ein Gesundheitsinjektor. Also, hoppala. Mein Inventar ist ein Akkusatz. Okay, kann ich alles nicht nutzen. Ah, warte mal, ich kann meinen Revolver nachladen. Dann kann ich anscheinend doch nicht. Sieben Schuss. Da steht zehn von neunundzwanzig. Achso, wenn ich... Hä? Warte mal, was? Hast du dich nicht vorher schon auch die ganze Zeit zehn Schuss? Ne, fünf, gell? Ich weiß nicht mehr. Ah, wie bitter, dass ich das nicht mitnehmen kann. Ich brauche ein größeres Inventar. Scheiße, ich auf die sieben Schuss? Ich habe eh zwölf Schuss jetzt da. Und nehme lieber das Gesundheitsding noch mit? Weil ich habe eine Batterie, ein Gesundheitsinjektor. Ja, okay, tschau, Dinger. Hallo, Gesundheitsding. Ah, diese Entscheidungen immer. Ich verabschwöre, ich spiele mit so kleinem Inventar. Es macht mich so unglücklich, gut liegen lassen zu müssen. Ja! Ja! Genauso geht es mir auch gerade. Das ist einfach nur... unnädig. Kleine Inventare. Das ist so... Warum? Einfach nur warum. So, Leute, bis neun machen wir noch. Mal schauen, wie lange dieses Kapitel hier noch geht. und... Achso, warte. Okay, kommt's ja, kommt's ja. Ja, komm her. Ha! Geil! Wie cool ich jetzt den Helm zerklatscht habe. Das war gerade lustig. Ich weiß nicht, manchmal bin ich so komplett so eingefroren. Dann bin ich so, schieße ich jetzt oder warte ich, bis sie kommen und dann... Jetzt bin ich einfach mit der Steuerung noch ein bisschen überfordert. Gut, eigentlich könnte ich jetzt auch mal zurückgehen und Sachen einsammeln, oder? Hannibali, ja! Sorry! Oh mein Gott, ja, wir sind noch im Nur-Follower-Modus drinnen. Es tut mir enorm leid. Entschuldigung. Das hatte ich ganz vergessen. Ähm, das habe ich wegen Spoiler-Sachen reingemacht. Mimi, sorry. Oh Gott, Leute, ihr hättet das schreiben müssen. Ich hatte das schon wieder komplett vergessen. Der Inlay. Aber zuerst muss ich dieser Wache den Code abholen. Zugriff verweigern. Zugriff verweigert. Ich muss diesen Wärter suchen. Diesen toten Wärter. Warum sieht hier alles so aus, als würde ich vielleicht kämpfen müssen? Inventar voll, okay. Inventar voll. Warum ist der Wärter hier irgendwo, wo es gruselig ist? Ach, ach, du Schande. Es gab aber bisher nicht, jetzt, jetzt kriege ich so viele Sachen. Oh Gott, das ist Geld. Ich kann nicht Geld liegen lassen. es war bisher aber nicht möglich. Das Inventar zu vergrößern. Ich habe das noch nicht gecheckt, oder? Ah, wunderbar. Sehr gut, das heißt, da kann ich jetzt erstmal in Ruhe mein Arsenal verbessern. Erstmal Gläuche. Nein, 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 wir wollen da nicht durch. Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Zurück, oh Gott, oh Gott, wir gehen jetzt erstmal. Jetzt mit Orangengeschmack. Schmeckt wie bei Mutti, ganz egal, von welchem Mond man kommt. Da ist noch ein Fragezeichen-Teil. Weil das Inventar hier ist so groß zum Verkaufen. Verhöht die maximale Energiezeit, wird sie mit einer aufgewertet. Jetzt habe ich 900. Verbessert die Wiederaufladerate des GRP mit experimentellen Verkabelungen oder erhöht die Schleuderkraft weiter. Das Ziel kann schwer verletzt werden, einschließlich des Verlust von Gliedmaßen. Das ist schon cool eigentlich. Oder für 600 mehr Schaden mit der Waffe. Ich weiß nicht. Blocken Konterangriff schaltet ein Ja, ich block so selten. Erhöht den Schaden durch Überladen von Energie und was haben wir hier noch? Bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Bitte verantwortungsvoll anwenden. Was sagt sie hier? Machen wir das Telekinese Tool oder unser Ich mache halt so selten das Telekinese Tool, deswegen glaube ich, ist es fast besser. Bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampfangriff eines Officers blocken. Dann muss ich wirklich brav blocken. Was ist hier? Erhöht den Schaden. Es ist einfach mehr Schaden, wenn ich draufhau. Ist beides eigentlich geil? Genickbruch. Hm, Genickbruch. Boah, ich glaube, ich gehe mit der mehr Energie. Mehr Schaden mit der Waffe einfach. Ich glaube, das ist besser. Ich meine, ja klar, es ist realistisch. Achso, wenn man kleine Taschen hat, ja. Aber ich spiele ja keine Videospiele, um das reale Leben zu simulieren. Ja, außer ich spiele so ein Spiel, um es zu simulieren. Voll, bin ich mega bei dir, Buddy. Oh Gott, nein. Wisst ihr, wenn es so viele Sachen gibt? Das bedeutet nichts Gutes. Aber wir kommen hier nochmal vorbei und ich sage euch was, es wird jetzt sicher einen fetten Fight geben und dann werde ich eh so viele Sachen einsammeln. Und da ist schon wieder so ein Jumpscare-Ding. Oh, das kenne ich schon aus dem Trailer. Ja, das denkt sich ja auch. Den fahr ich gleich um. Okay. Ich hab mich nur angeschaut. Ich wette, aber der kommt nochmal. Shoot the tentacles. Aha, nicht shoot the limbs. Cut off the limbs, sondern shoot the tentacles. Oh, meine Güte. was? Okay. Okay. Okay, also ich konnte jetzt nichts tun. Da standen einfach nur ganz lange freigelegte Zentakeln tun irgendwas mutieren und dann war der auch schon mutiert. Also nochmal zum Kampfsystem. Das dauert mir einfach zu lange, vor allem wenn fünf Gegner in Folge auftauchen. Ja. 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 Bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei. Es ist das Kampfsystem einfach nur nicht geil. Also ich kann jetzt auch nichts klicken. Ich muss warten, dass ich mich verwandle. Hoppula. Okay. Ich bin einfach nur scheiße im Ausweichen. Ich bin einfach nur scheiße im Ausweichen. Aber jetzt, jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es. So und die müsste ich jetzt eigentlich abschießen. Normalerweise. Damit das sich eben nicht verwandelt. Ja, rip mein Gesicht. Und wenn die Kämpfe zu doof sind, macht das irgendwie das Feeling kaputt. Mein Senf dazu. Ausweichen. Zweimal hauen. Ausweichen. Ah, okay. Es ist halt... Ich weiß nicht. Also ich bin... Ich mag das Kampfsystem überhaupt nicht. Mir macht es gar keinen Spaß. Aber sieht man daran, wie schlecht ich bin. Warum bin ich denn jetzt tot? Ich bin doch ausgewichen. Ich verstehe das nicht. Hallo, Eichek. Schön, dass du endlich da bist. Ich hoffe, deine Suche-Odyssee war nicht allzu schlimm. Du kommst genau richtig. Ich sterbe gerade hundertmal beim selben Gegner. Ich habe keine Ahnung. Tentakel und Mutationen. Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer stärkeren Form zu mutieren. Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe. Schießen sie auf freigelegte Tentakel. Okay. Jetzt teile ich mich erstmal. Eichek, was hast du bisher verpasst? Wir sind Jacob, ein Pilot, der auf Kalisto-Not landen musste. Eigentlich wollten wir auf Kalisto etwas abliefern. Wir sind so ein Booten-Pilot gewesen. Und unser Flugzeug ist wegen einer Person abgestürzt, die unser Flugzeug gekentert hat, weil sie irgendwas dort finden und suchen wollte. Dann sind wir abgestürzt. Aus irgendwelchen Gründen wurden wir dann eingesperrt. Das ist nicht ganz klar, warum. Und jetzt, keine Ahnung, ein paar Stunden, nachdem wir eingesperrt wurden, ist hier auf einmal alles den Bach runtergegangen. Irgendwelche Mutationen haben... Got it. Haben wir wieder Englisch gehabt. Irgendwelche Mutationen sorgen dafür, dass hier ordentlich Stress ist im Gefängnismond. Also es ist ein Mond, der Kalisto heißt. Ja, und wir sind Jacob und unser Freund ist Elias. Mit dem wollen wir gemeinsam von hier fliehen. Okay, nein, schau, ich höre da schon. Zu viel Zeugs. Also ja, unsere Mission ist es, von diesem Planeten zu fliehen. Wir haben eine Nahkampfwaffe. Das ist dieses Teil mit diesem Elektroschocker. Und dann haben wir eine Pistole. Und wir haben auch eine Telekinese-Kräfte, aber die setze ich irgendwie nicht so oft ein, habe ich das Gefühl. Ja, ich muss euch schon wieder Geld liegen lassen. Achso, hä, habe ich die vorhin liegen lassen? Die ganze Munition, what the fuck? Hallo. Ich mache alles an Munition gleich rein. Wir haben ein ultra kleines Inventar und das ist Kacke. Und ich bin traurig, weil es spielt sich leider nicht so wie Dead Space. Es ist auch kein Dead Space, Becky. Ich weiß. So, da haben wir auch noch Sachen gehabt zum Einsammeln. Ah ja, scheiße, das Ding schon wieder. Anders. Passt auf, Leute. Wir machen jetzt Folgendes. Bevor ich das alles liegen lasse, sage ich euch Folgendes. Geh noch mal zurück. Und verkaufen. Was? Und verkaufen. Einiges. Oder acht Schuss. Acht Schuss. Dann holen wir diese... Äh, wisst ihr? Diese Mega-Platine da. Wieder da. Okay, es ist nur ein Energieumwandler. Verkaufen den. Und dann holen wir mit dem freien Platz, den wir dann noch haben, die eine Injektion. Einheit online. War anstrengend, bei 1 Grad 26 Minuten draußen zu warten, weil ich den Bus um 10 Sekunden verpasst habe wegen der Verspätung. Oh nein, du Armer. Wie ärgerlich. Ich finde es langweilig, dass Becky jetzt ausweichen kann, als könnte ich ausweichen. Ja. Das Ziel ist es, vom Planeten zu fliehen. Ich dachte, Kalisto ist ein Mond. Ja, Entschuldigung. Ja, es ist ein Mond. Es ist ein Mond, von dem wir fliehen wollen. Der Gefängnismond Kalisto. Die paar Twitter-Kommentare, die ich gelesen hatte, heute meinten alle, es kopiert sehr viel von Datespace ohne wirklich eigene Ideen. Ich bin mal gespannt. Ja, es ist schon ein großer Copy. Aber ich frage mich, warum die Leute halt überrascht sind. Das war doch von Anfang an klar. Man hat ja schon in den ganzen Trailern gesehen und dass das richtig an Datespace dran ist. Und der Typ, der Datespace mitentwickelt hat, hat dieses Spiel entwickelt. Also, das überrascht mich nicht. Ich bin eher enttäuscht, dass es nicht noch mehr Datespace ist. Ich hätte lieber quasi Datespace nur andere... Ich hätte gerne ein Datespace in einem anderen Universum quasi. Schatz, da ist ein Feuerding. Aber das Feuerding ist da bestimmt... Die Frage ist, kann ich die Officers... Weil der hat ja eigentlich keinen... Den kann ich sicher... Oh, den kann ich stechen. Sehr gut. Weil ich dachte, mit dem Helm werde ich ihn nicht stechen können. Wo ist denn der andere hin? Das, das Feuerding, wie gesagt, das will ich gerne aufheben. Weil da kommt sicher noch ein fetterer Gegner. Damit wir den so... Machen können. Kommt der jetzt in meine Richtung? Ich erkenne das Ohr nicht. Nee. Ich bin hier schon sehr gespannt... Wie Kati, das Spiel gefallen wird. Und vor allem, wie sie sich anstellen wird. Und schleichen, das ist schon eine sehr eigene Idee dieses Spiels. Was? Alter, als ob... Wie... Wie gemein. Ich wollte ihn gerade stechen. Da stand sogar schon stechen. Aber... Hm. Also, dass mein Scheiß-Inventar dauernd voll ist, das ist echt nervig. Gut, ich habe vier Spritzen. Willst du Geld? Nein, auch nur Munition. Ja, lass dir schmecken, Heichek. Wir machen jetzt aber auch nicht mehr so mega lange. Also jetzt, so gesagt, 21 Uhr. Ja. Funktioniert mal was. Und jetzt kommen sicher urviele Gegner. Was wette ich mit euch. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Oh nein. Das Terrorhuhn. Anomalie erkannt. Wo ist das? Oh Gott, wie viele von denen kommen da. Oh Scheiß. Ich dachte, ich muss nur gegen das eine kämpfen. Was? Achtung. Achtung. Aber es hört sich nach vielen an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell, Heilung. Deswegen kriegen wir die ganze Zeit so viel Munition und... Zeugs bekommen. Aber die halten zum Glück nicht so viel aus. Oh Gott. Ich bin noch irgendwas zu Telekinesen hier. Säuberung abgeschlossen. Zugangsluke geöffnet. Okay, wo ist diese Zugangsluke? Leitersteuerung bitte aktivieren. Ah ja. Okay. Warum sind solche Gegner so viel einfacher als die anderen Gegner? What the fuck, man? Das waren jetzt drei von denen. Ich dachte, die wären ur-urschwer. Und die waren jetzt viel, viel einfacher als das, was wir vorhin gerade hatten. Der Demogorgon, ja. Ja, ja. Ja, haben wir ein bisschen länger gemacht, Eichek. Voll. Aber war auch gut. Hat auch Spaß gemacht. Zwischendrin sehr viel Verzweiflung auch. Aber abschließen. Ja, ja. Ich gehe zur Konsole und schließe ab. Voll. Aber ich bin auch schon langsam ein bisschen hungrig. Deswegen denke ich so bis 21 Uhr. Und vor allem, ich merke meine Augen, tun jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen weh. Von vielen schon in den Computer schauen heute den ganzen Tag. Wunderbar. Und jetzt da rüber mit uns. Die Wendigos. Oh ja. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Ein guter Vergleich. Das eiskalte Händchen. Abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Die Dinger geben einfach nicht auf. Ja, wir nicht die Gleiter. Ja, das sind solche Dinge. Ja. Das stinkt. Ja, lieber nach Scheiße riechen als tot sein, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Das wäre so meine Einstellung. Gut. Dann gehe ich eben hier lang. Ist das die falsche Richtung? Weil das hat er jetzt so... Gut, dann gehe ich eben hier lang? Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Torventil wird geöffnet. Ah, ja. Das hat man gezeigt bei der... Auf der Gamescom. Das wird jetzt lustig. Nein, 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 nein. Da müssen wir jetzt schauen. Da müssen wir slideen, Leute. Wuhu. Schauen, dass wir nicht gegen irgendwelche... Wobei die Todesanimationen hier richtig cool sind. Ich würde einfach gerne nur sterben, weil es coole Tode sind. Aber mein innerer Monk lässt das nicht zu. Hier sterbe ich nur, wenn ich wirklich zu doof bin. Ach du Schande. Wie lange geht denn das noch? Alter, wie kann der noch leben? Oh, wait. Was? Was? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Rip me. Rip me. Rip me. Rip me. Das ist zu viel Pressure. Zu viel Pressure. Ich sehe nichts. Vorstell dir mal vor, man schiebt das ganz zum Schluss. Wuhu. Oh shit. Oh Gott. Okay. Okay. Einmal bin ich angekommen. Das ist mir nicht gleich tot, immerhin. Ich denke, es gibt ein Trophäe, dass man das schafft, ohne verletzt zu werden. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt nicht von diesen Spinnendingern fressen lassen. Okay. Ja. Okay. Hallo. Es macht schön, dich kennenzulernen. Stirb. Bitte. Nein, 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 nein. Halt dich fest. Oh. Alles. Oh nein. Oh Gott. Gib ihm die Fass. Gib ihm das Knie. Ey Leute, ich hätte im Leben nicht die Energie gehabt, mich da festzuhalten. Und dann auch das Viech zu boxen. Das war echt lang. Ja. Das war richtig lang gerade. Fünf Tote auf der Rutsche. Nee, nee. Das war first try. Easy. 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 Jetzt stinkt man wenigstens nicht mehr, oder? Jetzt sind wir gewaschen. Ich schwöre, dass die... Wirks. Nein, ich lasse diesen Scheiß out. Hä? Ja, ich glaube nicht nur du. Ohne Paddel. Okay. Das heißt, wir haben doch irgendwas geschafft. Also entweder ging es nur darum, diese Rutsche zu überleben, oder vielleicht haben wir die Rutsche auch sehr gut überlebt. Also... Vielleicht nur mit einmal anhauen. Und ohne einmal... Ohne zu sterben, oder so. Inventar voll. Story of my life. Ich muss noch schauen, was da sonst zu liegt. Weil mein Inventar ist eh voll. Hä? Alles off. Was macht das so dumme Aktionen wieder hier? Wo kommt er auf einmal her? Was? Wo kommt er auf einmal her? Okay, dass die sich jetzt alle gleich immer mutieren, ist halt auch super nervig. Ah! Well, well, well. Deswegen gebe ich mir noch mal einen Schott. Sicher ist sicher. Oh nein! Oh nein! So! Namaru Uno! Komm her, herr, komm herr! Komm herr, Bruder! Komm herr, Bruder! Komm herr! Komm herr! Komm herr, Bruder! Komm herr, Bruder! Komm herr, Bruder! Komm herr, Bruder! Wir müssen dieses Mutieren immer aufhalten, dass sie ja nicht mutieren. So. Ich habe aber Angst. Ich heim mich lieber noch mal. Nicht, dass da jetzt noch mal wer kommt und... Okay. Wir haben ja nur noch sieben Schuss. Okay. Boah, wie ich da wieder drölf Schläge einstecken muss. Ich... Und ich habe mich geheilt. Ich wusste, ob ich bin ein Bob. Bob! Bob! Ja, der Flaschengeist kommt da! Bob! 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 Bob aus der Flasche nimmt sich dann deiner Sorgen an! Oh, da geht es zur Habitatskuppel. Okay, da wollen wir hin. Was ist hier noch Schönes drinnen? Wartung. Schneiden wir nochmal auf. Klammsi. Klammsi, klammsi, klammsi. Popamsi. Mhm, Leben. Ich bin da jetzt zack. Ich hasse mein Leben. Okay, gut. Wir haben vorhin urviel Sachen liegen lassen. Weil ich die nie kaputt gemacht habe, diese Dinge. Ich dachte, ich muss das irgendwo reinstecken. Aber es war was zum Kaputtmachen. Wie dumm kann ich eigentlich sein? Das war ein richtiger Fail. Oh ja. Lager, Lager, Lager. Gebt mir Munition und Geld. Vor allem Geld. Geld, die is. Okay, wo fahre ich das hin? Achso. Das muss nur wieder zur Seite. Damit wir dann wieder wo reinkrabbeln können. Weil warum straight zum Ausgang gehen können, wenn man auch nochmal sie ein bisschen umschauen kann? Ach, du Schande. Was im Endeffekt ist da? Ich meine, ich freue mich. Ich habe das Gefühl, dass jeder dieselbe Freundin oder denselben Freund hatte. Weil da ist überall dasselbe Pärchenbild drin. In diesen Spins. Sie hat sich allen denselben Partner geteilt. Oder dieselbe Partnerin. Uah. Wart mal. Uah. Oh, wo bin ich da? Weg. Oh Gott. Oh meine Güte. Ach, du Kacke. Ich will hier nicht sein. Ach, du Scheiße. Wo bin ich da jetzt? Okay, ich kann nicht so viel sagen. Da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Aber jetzt sind wir da. Na, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was ist das hier? Was bin ich hier erleben? Da geht es ja auch noch weiter, oder? Okay, da geht es wieder raus. Aha. So ein Facehugger schon wieder. Okay, also diese krassen Nebenareale. WTF. WTF einfach nur. Ich hatte Dead Space ja irgendwie ein bisschen was gruseliger in den Errungen. Ich bin abgestumpft. Ah, warte nur, Buddy. Wenn im Januar das Remake kommt von Dead Space. Ich hoffe, das wird gut. Ich erwarte viel. Lass gleich mal töten den Mega Pickel da. Geht's wieder hoch. Das Geld mal gerne investieren, um mein Inventar zu vergrößern. Ah, natürlich. Natürlich knabbert er wieder an uns. Ich konnte nichts tun. Ihr Ekeldinger. Ja, nimm das Geld, oder? Da war gar kein Geld. Aber eine Kiste. Für die hat's hoffentlich gelohnt. Die hat all die schönen Dinge, die du nicht einstecken kannst. Schön. Wow. Das ist wirklich viel gewesen. Schön. Schön, schön, schön. Also der, der kleine Saalspaziergang, der hat sich mehr als gelohnt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich bin. Ach ja, wieder hier. Ah, ja. Toll. Gut, dass wir nochmal gegangen sind, bevor wir zur Kuppel sind. Weil das war jetzt nicht zu schlimm. War ein bisschen geknabber. Und dafür ordentlich abkassiert. Und ich glaube, wir wären mit dem Kapitel jetzt sogar um 21 Uhr fertig. Das wäre ja richtig schön. Was für ein Anblick. Das schaut wirklich cool aus. Aber was passiert da unten? Will ich das wissen? Und wenn ich das so sehe, glaube ich, dass da auch ein Fight auf uns wartet. Und wenn ich das noch so sehe, wünschte ich, ich könnte jetzt mal irgendwas upgraden. Aber Sauerstoffverarbeitung. Okay, okay, okay. Wir arbeiten uns einfach schon mal vor. Roboter. Roboter. Wieder Roboter. Schnell weg hier. Jetzt aber raus hier. Wieso kommt denn der hier hoch? Oh. Okay. Herr Roboter. Betreiben Sie es mal. Aber ich frage mich, geht der im Kreis? Oder was ist sein Weg? Also was ist sein eigentlicher Weg? Sterbe ich jetzt durch Roboter? Oder sterbe ich durch die Viecher? Das und viel mehr sehen wir. Oh, das kann knapp werden. Das kann knapp werden. Das kann knapp werden. Okay. Was ist das? Sauerstoffverarbeitung. Okay, wir müssen eh hier rein. Die Bahn, die gerade losgefahren ist. Da will jemand das Virus eindämmen, aber... Okay, hol den Code von einem Werter. Ja, ich kann ein bisschen was verkaufen. Und zwar einmal hier makellosen Umwandler. Das war's. Jetzt haben wir wieder 800 Geld. Vielleicht investiere ich jetzt in den Handschuh. Und mache, dass der noch... Oh nein, mir fehlen 100. Okay, dann wurscht. Dann verkaufe ich ein Gesundheitsding. So. Erhöht die Schadenwerte der Waffe. In dem der gesamten Munitions-23... Das war ich auch cool. Aber den Handschuh mache ich ja nicht so oft. Lieber die Waffe. Scheiß drauf. Wir machen nicht den Handschuh. Wir machen die Waffe. Ich mache so selten... So selten den Handschuh. Ich freue mich übrigens enorm, dass du und Kathi wieder dead by dead zockst. Zitat meiner Frau. Oh je, die kreischenden Mädels back in Action. Ja. Also wir kreischen auf jeden Fall sehr viel wieder rum. Das stimmt. Und wir sind so absolut fucking lost. Das ist... Ah, wer ist jetzt die Woche wieder festgestellt, als wir aufgenommen haben? Alter, wie lang ist dieses Kapitel? Kapitel, bitte. Oh Gott, da kommen auch wieder Viecher. Da war schon wieder so viel, wo ich aufspießen kann. Ich muss mir nur mal merken, dass ich auch aufspieße. Also halt mit der Telekinese. Sie ging irgendwas schleudern, was sie auch tötet. Schön. Nice. Wieder makelloser Energieumwandler. Das können wir dann gleich wieder ausgeben. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Wache da kriegen. Konnte ich leider nicht schnell genug reagieren. Kleiner Feshagger. Was ist denn das? Und was ist das? Skunk Finken. Oh, ein Flintenpaar. Blau, blau, blau. Ja, bitte. Dafür lasse ich auch mal mein Telekinese-Aufladding zurück. Achso, ich bin da drüber gestiegen. Aber die Frage ist, wenn ich das jetzt zum Tisch bringe... Oh nein. Ja, ich wusste es. Wir wollen natürlich immer verhindern, dass die... Hoppala. Dass die sich verwandeln. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Bauplan, den ich jetzt hinbringe, dann... Scheiße, jetzt ist leer. Ja, natürlich. Jetzt hat er sich verwandelt. Leck mein Leben. Ich wollte ihn eigentlich da auf die Dinger da aufspießen, aber natürlich, dieses Telekinesen-Ding ist es halt auch... Nein, das ist so gut, das ist. So. Ah, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich die Blaupause jetzt da hinbringe eigentlich... UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Genau. Was haben wir denn da jetzt? Was ist das? Schrotflinte. 800. Ja, warum habe ich das nicht vorbekommen, als ich gerade noch Geld hatte? Dass ich dann investiert habe in was anderes? Ich überlege jetzt, ob ich noch den... Na, scheiße, auch gehe ich jetzt noch mal kurz holen. Das Aufladeding. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Wisst ihr, was ich da liegen habe lassen? Das ist ja der Auflader für das Telekinese-Modul. So, dann nehmen wir gleich mit. Kann ich ja noch gleich einsetzen. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Sehr gut. Und das eine Ding verkaufen wir auch noch. Die... Ich vergesse immer, was das ist, das Energie-Teil, was uns Geld bringt. Das kann sich auch nicht entscheiden, ob es Englisch oder Deutsch ist, ne? So, verkaufen noch. Und zwar den makellosen Energieumwandler. 200. Sag mal, 500. Ja, schön. Sauerstoff. Irgendwas mit der Kuppel. Hier muss irgendwas öffnen. Hier ist es so neblig. Ah! Okay. Ich war komplett überfordert gerade. Ich dachte, ich kann mich verstecken und dass er mich nicht zieht. Aber falsch gedacht. sehr, sehr falsch gedacht. So, aber habe ich jetzt das schon verkauft? Na, ist es quasi vorm Verkauf gespeichert? Bitte treffen Sie eine Auswahl. Kann ich eigentlich auch selber speichern? Ja. Interessant. Wo kommt er? Das ist so kacke, da zu kämpfen. Hä, ich hab doch Ausweichen geklickt! Oh, ich hasse das! Ja, danke für das Wow. Wow, weil ich so kacke bin? Ja. Okay, wir müssen uns verklären. Klar, jetzt ist die Steuerung schuld. Die Steuerung ist schon die ganze Zeit schuld! UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Ich hab Arschlecken. 700, was brauche ich für die Waffe? Hä? Warte mal, warte mal, was? Freie Auswahl! Hä? Habe ich die Blaupause jetzt nicht? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Revolver? Elektroschlagstock? Warte mal, muss ich die jetzt nochmal holen gehen? No, Chris! Das Original von Anti-Europa! Yummy! Nein! Oder warum konnte ich das jetzt nicht bauen? Oder bin ich grad verwirrt? Wisst ihr, was ich meine? Da war doch vorhin grad die Möglichkeit... Handschuh? Also wenn ich das jetzt nochmal holen gehen muss... ...schwöre, dann ist das ja die größte Verarsche ever! Was ist denn das für ein selten dämlich gesetzter Checkpoint? Moment! Ich muss das wirklich nochmal holen! Dieses Spiel ist so dumm! Das ist so dumm! Das ist ja... Das ist ja... Schön! Wann da noch was drin? Ey, warte, was? Okay... Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt? Okay... Also, wie gesagt, ich hab selten was... ...dümmeres gesehen... ...aber gut! Was ist denn was? Checkpoint wurde wohl bei ersten Betreten nur gemacht? Ja... Das ist ja... Hä? Es macht keinen Sinn! Was liegt denn da jetzt? Der Umwandler! So... Ah, und das Flintending, genau! Das haben wir da jetzt! Und geheilt bin ich halt auch! Das heißt, aber den Dings... Nein! Naja... Damit ich da nicht nochmal reinlaufen muss! Und kam da jetzt noch einer? Da kam doch noch einer, oder? Ah, ja! Aber diesmal ohne Verwandlung! Ha! Ha! Der wollte sich aber noch verwandeln! Habt ihr gesehen? Da... ...war schon der Arm irgendwie! Top dem Design! Ja! 10 von 10 würde wieder! Mhm! This is fine! UJC-Druck für alles, was Sie benötigen! Jetzt soll's einfach ein... ...checkpoint geben! So... 800! Brauchen wir die Scheiße! Aber das heißt, ich... Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen! Goil! So, jetzt bin ich arm! Und jetzt kann ich... ...habe ich natürlich nicht meine Waffe getunt! Ah, ist ja wurscht! So, jetzt habe ich zwei Waffen, oder wie ist das? Ah, ja! Tippe die Rechts-Taste, um das Schnellwahlmenü für Waffen aufzurufen! Tippe die Oben-Taste und Unten-Taste, um eine verfügbare Waffe auszuwählen! Drücke die X-Taste, um die ausgewählte Waffe auszurüsten! Okay! Well, let's go! Zwei Schuss? Ja, gratuliere, Becky! Ich hoffe jetzt halt einfach... ...dass das hier gespeichert ist! Dass ich das gekauft... ...dass wir jetzt hier einen Checkpoint hatten! Ich werde jetzt sicher noch ein paar Mal sterben hier! Aber ich würde das Kapitel halt irgendwie noch gern zu Ende spielen! ... ... Oh, ist das die falsche Waffe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte jetzt mal. Okay, das Waffentausch ist ja mal voll für den Arsch. Vor allem, ich dachte gerade, er zerquetscht meinen Kopf und nicht, dass er meinen Armen ausreiche. Ich habe vor allem eh selbst gespeichert, genau aus dem Grund gesehen. Ich einfach dachte, er wird das eh nehmen, aber wenn er es jetzt nicht genommen hat. Ja, leck mich, okay, okay. Oh, nein, nicht automatisch gespeichert. Oh, war das jetzt die richtige? Ich habe ja gespeichert, ich habe ja gespeichert. Aber da hatte ich die Dings jetzt schon, oder? UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Oh, Alter, okay, das ist einfach nur... Das ist so verfickt dumm. Das ist doch nicht wahr. Ja, ich glaube, je nachdem, ich das eher... Ja, ich habe nicht... Ich dachte, dass ich gespeichert habe, als ich die Blaupause... Weil ich dachte, ich habe die Blaupause ja schon. Schön. Oh, das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar blöd. Sonst habe ich den nicht da gelassen. Ich hätte den erst verkaufen sollen. Ich habe Platz da für die scheiß Blaupause. Alter. Also, wenn wir das alles dann gemacht haben, das gebaut haben, dann machen wir ja selbst speichern. Das glaubt mir ja keiner. Das glaubt mir ja keiner, wie dumm das ist. Wie viel Zeit da jetzt einfach verschwendet wurde. Es tut mir so leid. Weil ich den Kampf da doch nicht gebacken bekomme. Ich brauche den Code. Und zwischen den Waffen wechseln, das ist... Das dauert viel zu Ende. Ich sage es euch ganz ehrlich, Leute. Das ist, glaube ich, kein Spiel, was ich am Stream zu Ende spielen werde. Weil ich vielleicht René dann irgendwann zuschauen. Aber es triggert mich so hart. Die ganze Zeit. Nimm die Blaupause. Was kommt der denn da auf einmal? Alter, das stimmt nicht mit diesem Spiel. Was soll denn das jetzt? Was kommt der denn auf einmal da? Ich war jetzt überhaupt nicht in... Dann schieße ich 100 Mal auf den und es passiert nichts. Alter, ich wollte nur noch dieses verfickte Kapitel zu Ende spielen. Und auf einmal dauert das wieder 300 Jahre. Wir sind ja endlich schon mit dieser Scheißkuppel ankommen. Und dann jedes Mal da wieder... Geh bitte! Leck mich! Ich muss irgendwie dorthin. Ich brauche den Code. Freie Auswahl. Was? Wie? Was? Hass oder Hass ist kein Ausdruck. Schwere, ich habe null Bock mehr. Ich habe null Bock. Das Spiel triggert mich... ...des Todes. Ich habe mich so darauf gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich so arg auf dieses Spiel gefreut. Die Kamera weiß auch nicht, was sie will. Achso, jetzt kommt er auf einmal nicht. Ich habe mich so arg... Ich habe mich so arg und... Schön. Schön. Was liegt da jetzt noch? Der makellose Energieumwandler. Genau, den wollen wir nämlich auch noch mithaben. So, jetzt spechern wir erstmal. Gott, sorry für den Ausraster, aber... Das ist halt... Was, habe ich mit denen schon wieder passiert? Ich glaube... Oh, ich habe schon wieder ganz auf dich vergessen, du Arsch. Müde von der ganzen Lackerei. Mhm. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. So. Aktivierung der Druckfertigung. Ist immer noch nicht dich happy. Ich bin jetzt nicht die Kacke davor. So, gleich noch mal speichern. Das makellose Ding, das gehen wir schon noch holen. Das sind immerhin 200 Credits. Das ist schon viel Geld. Nur noch mal sicher gehen, dass der auch echt tot ist. Wenn jetzt noch mal einer kommt, ey. Okay. Ich verstehe immer Burger. Und dann nenne ich mir so, hä? Ein produktiver Burger? What the fuck? Jetzt haben wir 279. Okay. So, Leute. Und jetzt speichern wir nochmal. Jetzt machen wir den Fall und hoffen, dass wir uns endlich mal überleben. Oh, ist okay. Ich verstehe, ich verstehe. so gut so gut so gut so gut so darf das aber wieder viel zu viel auch gott für die flinte braucht man jetzt auch noch platzern munition nicht gut das ist wirklich nicht gut nur weil er klebt könnte mir trotzdem gut ist geben ja ich sag's euch glaube ich speichert gleich die ganze zeit einfach selber bin ich bin ich besser dran das wird auf jeden fall jetzt erstmal noch mal gespeichert genau noch mal speichern bevor es weitergeht fix fix eurer für die falsche wasser hatte zum glück haben wir gespeichert wir müssten alles noch mal machen und scheiß mache ich alles noch mal united cola nur echt im original müde von der ganzen flackerei leute das speichert nicht das speichert einfach nicht das speichert einfach nicht hat das speichern nichts gebracht man es hat einen fick gebracht leck mich nein leute es tut mir leidig rich quitte das jetzt dass da habe ich gerade keinen bock drauf es zart mich mega nicht ich habe jetzt auch beim schluss noch mal verkackt ja aber er ist nee tut mir leid dass da habe ich einfach heute nicht mehr den nerv dafür